Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 465. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Alex, der Herr Marvin, die Frau Patricia und der Basti. Gute und Grüße. Ja, mega volle Hütte, weil wir haben uns alle natürlich hingesetzt und haben uns Zeit genommen, um über die Eintracht und alles, was da so passiert ist, zu sprechen. Natürlich starten wir ganz klassisch jetzt erstmal rein mit ein bisschen Housekeeping und sagen danke für all euren Support da draußen. Wir haben einen neuen Monat und haben gesehen, wie ihr uns unterstützt habt und es ist einfach großartig, dass ihr hier weiterhin damit beitragt, dieses wunderbare Podcast-Projekt von Woche zu Woche stattfinden zu lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Genau und stattfinden zu lassen, damit wir über so wunderbare Dinge wie Wintertransferfenster sprechen können. Bei der Eintracht ist nicht wirklich viel passiert, um es mal so grob zusammenzufassen. Marvin, Basti, ihr habt gestern bei Fußball 2000 schon quasi live das Ende des Transferfensters begleiten dürfen, jetzt mit so etwas mehr als 24 Stunden Abstand. Seid ihr zufrieden mit dem Transferfenster oder sagt ihr große Scheiße? Ach Quatsch, große Scheiße sag ich nicht, weil es ist natürlich leider so, dass wir gewissen Situationen unterworfen sind, die wir nicht verändern können und die ja immer noch weiter treiben, weil ich will jetzt nicht anfangen zu negativ zu sein, weil ich schon wieder in Rage-Modus bin. Ich hatte gerade geschrieben. Lass es auf. Ja, nein, das ist halt einfach, ich meine, klar, Deutschland ist da in gewisser Hinsicht sehr restriktiv und sorgt natürlich nicht für Wettbewerbsvorteile in Bezug auf internationalen Fußball, was natürlich auch schwieriger macht, dann dementsprechend Leute zu holen. Und die Eintracht hat natürlich durch Corona immens viel Geld verloren und dadurch, weil sie gleichzeitig nicht andere Leute, die nicht Stammspieler sind, irgendwie veräußern konnten, auch nicht leihweise, gab es halt wenig Möglichkeiten und das merkst du dann halt, dass wir beispielsweise auf der einen Seite jemand wie da Costa, den haben wir dann, der ist jetzt trotzdem weiter bei uns, ein Barcock, da wollte, wenn ich das richtig gelesen habe, Mainz überhaupt nichts dafür zahlen, dass sie ihn jetzt ein halbes Jahr früher bekommen und zum Gegenteil, ja, dann funktionieren sollte solche Deals halt auch nicht. Darf ich da gerade reingrägeln? Aber warum funktioniert das denn nicht? Also ich meine, der hat kaum Einsatzchancen, es ist klar, dass sein Weg hier jetzt zu Ende ist und auch wenn ich keinen Euro dafür kriege, dann lasse ich ihn doch gehen und bin das Gehalt los. Also Mainz wollte ich Geld für den Barcock wechseln. Was ist denn, wenn du kein Geld für, also wenn du, sagen wir mal, du bist Oliver Glasener und die sagen, ja gut, die Eintracht spart jetzt das und das Gehalt vom Barcock, aber du kriegst dann dadurch auch keinen neuen, dann würde ich als Oliver Glasener sagen, ja dann behalte ich den lieber, wer weiß, ob ich den noch brauche. Aber im Prinzip hast du ja Knauf, ne? Nein Leute, stopp, 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 aufhören. Sorry, wir müssen mal ganz klar ziehen, es ist nicht so, dass es jetzt hier um einen ablösefreien Wechsel ging, sondern tatsächlich hätten die Mainzer Geld von der Eintracht haben wollen für das halbe Jahr. Also das muss ich dir mal vorstellen. Ich lese hier gerade aus einem neuen Bericht und da steht ein Bericht der BILD zur Folge, steht, habe ich auf hessenschaut eh gelesen, ist der Winterwechsel von Eimann Barcock von Eintracht Frankfurt zum FSV Frankfurt deshalb gescheitert, weil die Mainzer noch Geld von der Eintracht verlangten. Demnach sei man sich über einen ablösefreien Transfer Barcock sogar einig gewesen, die Eintracht hätte aus Mainzer Sicht jedoch noch eine niedrige sechsstellige Summe an den FSV zahlen sollen, um die Differenz in Barcocks Gehalt zum Sommer auszugleichen. Daraufhin sei der Wechsel geplatzt. So, und ich glaube, Alex, spätestens da ist die Frage wirklich geklärt. So, ich wollte nur ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ja. Okay. Ja, gut, dass du das gesagt hast, weil so ergibt es halt auch wieder Sinn. Was ich halt die ganze Zeit nicht verstanden habe, ist, lasst ihn doch einfach für kein Geld gehen, aber nicht gebt dem abnehmenden Verein einen Spieler für Umme plus Geld. Ja, nee, das macht ja überhaupt keinen Sinn an der Stelle. Also das ist ja total erkieselt. Das kann ich dann schon an der Stelle verstehen. Ich verstehe allerdings den Punkt von Basti auch. Wir wissen halt einfach nicht, wie die Ausfallquoten jetzt in den nächsten Wochen, Monaten von Spielern noch ist. Und wenn du dann einen zu dünn besetzten Kader hast, wird es halt einfach auch echt schwierig. Also von daher ist das natürlich auch immer eine Abwägungssache. Ja, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Und gerade diese dünne im Kader, die merken wir an den anderen Stellen halt auch leider jetzt schon. In sehr großer und böser Hinsicht, muss man ja sagen. Natürlich, ganz ehrlich, wir müssen mal ganz klar sagen, was wir uns irgendwie alle erhofft haben, ist, dass natürlich in der Offensive noch irgendwie was passiert. Und Patricia, da hast du ja sogar auch drauf gehofft, ne? Ja, also ich hatte ja immer gesagt, ich habe nicht die allergrößten Bauchschmerzen mit dem Kader vorausgesetzt, da fällt jetzt niemand großartig lang aus. Das kann man aber alles nicht, also das ist ja nicht planbar. Es kann halt eben passieren. Und da wäre es natürlich beruhigend zu wissen, hey, wir haben da noch eine Option, plus natürlich auch, ja, die Variabilität, die du dadurch gewinnst und auch noch die Qualität, die du halt durch einen Zugang im Sturm bekommen würdest, würde helfen, halt auch mit den Zielen, die man ja wahrscheinlich für die Rückrunde noch hat, plus die ganzen Spiele, die da noch anstehen. Also man ist ja auch europäisch noch vertreten. Ja, natürlich hätte das geholfen, war aber scheinbar ja jetzt nicht zu realisieren. Schön zu hören, dass es dann aber für den Sommer geklappt hat. Also Kolomuani kommt ja dann im Sommer zur Eintracht. Das ist, ja, freut mich auch, nur, ja, vielleicht ein halbes Jahr zu spät in dem Sinne dann. Aber wenn das halt anders nicht machbar war, ich weiß es nicht. Das ist halt immer so eine Risikoabwägung, die wahrscheinlich auch getroffen werden muss. Und wenn sich da halt nichts ergeben hat, was gepasst hätte, dann muss man damit jetzt leben. Aber ja, kurzum, ich hätte mir schon einen Zugang gewünscht, ja. Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, man sieht einfach generell auch bei anderen Stellen, dass dieses Transferfenster so ein bisschen anders abgelaufen ist als andere. Viele, viele Laien mit Kaufoptionen etc. Nur so einige Vereine hauen halt irgendwie großartig noch Geld raus. Grüße an Wolfsburg. Aber es ist halt schon irgendwie generell, glaube ich, ein sehr, also du siehst halt sehr stark die Auswirkungen von Corona und diesen ganzen Geisterspiel-Thematiken und Unsicherheiten in diesem Transferfenster. Es ist bis auf ein paar kleine Dinger halt wirklich alles eher so in diesem Lass mal Spieler verleihen, ohne jetzt großartig Geld hin und her zu schieben gelaufen. Und ich glaube, da konnten wir uns einfach auch nicht rausnehmen, ja. Ob uns das natürlich jetzt großartig weiterhilft, Patricia hat es ja gerade angesprochen, es dürfen halt jetzt keine großen Spieler oder keine wichtigen Spieler ausfallen. Ich meine, die Situation haben wir ja jetzt gerade, Kamada, Muskelfaserriss im Oberschenkel. Da weiß ich ja jetzt auch nicht, wie lange, ne? Da fängt es ja schon mal an. Ja, wir haben es ja auch schon auf der linken Seite gesehen, also als jetzt Kostic ausgefallen ist. Das war jetzt nicht lang, aber trotzdem, man hat ja gesehen, wie schnell es sehr, sehr, sehr eng wird. Also dann hat Lenz auch gefehlt und Hauge auch. Und dann, ja, standen wir da und wussten nicht so recht, wen stellt man jetzt auf links auf? Muss man jetzt irgendwie das System umkrempeln? Und ja, das geht dann vielleicht auch für ein, zwei Spiele und kannst du noch einigermaßen kompensieren. Aber wenn da mal was Längeres ist, jetzt zum Beispiel Hauge ist ja auch länger ausgefallen, wenn das dann noch mit ein, zwei anderen Spielern passiert, dann wird es schon eng. Und jetzt bei Kamada ist ja Muskelfaserriss, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, es ist auch nicht so praktisch, wenn man bedenkt, dass er halt auch eine der tragenden Rollen in dem Dreieck vorne ist mit Boree und Lindström. Ja, das trägt jetzt auch nicht dazu bei, dass man da jetzt besonders positiv in die Rückrunde blickt, was den Kader angeht. Weil so Dinge passieren, plus dann noch diese ganze Corona-Geschichte, die einen ja auch nicht immer verschont. Das ist halt schwierig. Ja, dann steigst du ab Anfang März wieder in den europäischen Wettbewerb ein. Das heißt, du hast dann auch, je nachdem, wie weit wir dann da noch kommen, auch noch mehrere englische Wochen. Das heißt, du musst auch wieder mehr durchrotieren. Also wird schon, glaube ich, ein bisschen herausfordernd an der Stelle. An der einen oder anderen Stelle, wo wir halt einfach doch vielleicht weniger gut besetzt sind, als jetzt auf so einer Rechtsverteidigerposition. Ja, aber es ist auch ganz ehrlich eine richtungsweisende Entscheidung. Also ich meine, man muss auch mal sagen, dass du jetzt, wenn du keinen Stürmer geholt hast und, das hat ja wunderbar gesagt, wir im Sommer sind wir gut dabei und so weiter und so fort. Aber natürlich ist diese Stand-Jetzt-Situation jetzt so dementsprechend klar, dass es für mich auch deutlich ist. Ja, so, es kann nach oben was passieren, aber Basti, so den letzten unbedingten Willen lässt du damit halt dann, ich will mal nicht sagen vermissen, aber du setzt halt nicht alles auf eine Karte, oder? Ja, ihr habt mich ja gestern beim Redline-Day schon ein bisschen in die Vernunft mit reingezogen, dass es wahrscheinlich halt einfach nicht darstellbar gewesen ist finanziell, weil die Eintracht da halt einen seriösen Weg verfolgt. Trotzdem habe ich ja gestern auch schon das Szenario aufgemacht, du hättest natürlich pokern können. Du hättest ein bisschen irgendwie mal investieren können, ein bisschen Geld dir vielleicht extern besorgen, um zu sagen, du leistest jetzt einen Stürmer für ein halbes Jahr, das wäre drin gewesen. Und ich glaube, wenn die Eintracht irgendwie zweieinhalb Millionen Euro in die Hand genommen hätte, hätte die auch einen richtig guten Abschlussstürmer bekommen und hätte die Chancen erhöht, dann irgendwie nochmal da oben rein zu preschen, wo halt auch wirklich Vereine sind, mit denen du dich trotzdem auf Strecke messen könntest, sage ich mal, mit Union und Freiburg und Köln. Und selbst Hoffenheim würde ich sogar noch dazu ziehen, auch wenn die vielleicht einen leicht besseren Kader haben als wir. Aber die Eintracht hat es ja gezeigt, was passiert, wenn sie ins Rollen kommt. Und für die Situation, wo sie eben nicht im Rollen ist, wäre natürlich so ein Stürmer, der dir dann halt neue Spiele gewinnt, wo du vielleicht nicht unbedingt besser bist. Ganz gut gewesen ist, ist jetzt aber so. Und eigentlich habe ich jetzt auch schon gestern mal fußvoll 2000 gelogen, weil ich gesagt habe, jetzt rede ich nicht mehr über einen Stürmer. Habe ich vergessen, dass wir das heute hier nochmal machen. Ich bleib dabei. Ich hätte einen geholt. Ich hätte einen geholt, kann aber die Gründe, warum das nicht passiert, das auch verstehen. Und am Ende hat mich die Stürmerdebatte selber nur noch genervt, weil das so wie alles, was heutzutage diskutiert wird, ist entweder schwarz oder weiß. Wenn ich sage, ich will einen Stürmer, dann werde ich von einer Seite angeschrien. Ich sage, ja, aber deswegen. Die anderen sagen, ja, Stürmer, ja. Es ist eine Abwägungsentscheidung gewesen. Die Eintracht hat es so getroffen, ich hätte es so getroffen, es wird niemand ums Leben kommen. Es kann natürlich alles passieren und ich hätte trotzdem ruhiger geschlafen und ich hätte trotzdem, Marvin hat es gut beschrieben, ich hätte das als Zeichen gesehen und als, wie soll ich sagen, so als kleiner Anzünder zu sagen, Alter, weißt du was, lass doch einfach probieren. Wir gucken jetzt mal, ob wir Vierter oder Fünfter werden. Ja, also da stimme ich Marvin zu. Das ist für mich auch eher so eine Aussage hin, so nach, okay, wir sehen das komplett als Übergangssaison an und dann eher im nächsten Jahr auf Angriff. Und ich bin aber auch komplett bei Basti. Ich glaube, man vertut damit eine Chance, weil jetzt mal davon ausgehend, dass dieses Corona-Thema ja irgendwann im Laufe des Jahres aufhört, wird, glaube ich, die nächste Saison nicht so sein wie diese. Und diese Saison ist einfach genauso, wie es eigentlich in der letzten Saison auch schon gewesen wäre, eine, wo du aufgrund der Umstände vermutlich mit wesentlich weniger Aufwand in diese Plätze da oben reinrutschen kannst. Das ist so ein bisschen, aber ich kann natürlich auch die Verantwortlichen auf Eintrachtseiten verstehen, dass man vielleicht, weil man nicht weiß, wie es weitergeht, da auch jetzt nicht ein gewisses Risiko eingehen will. Also das ist, wie Basti so richtig beschrieben hat, eine Abwägungssache und man hat es halt jetzt für diese Richtung entschieden. Wahrscheinlich ist sie auch richtig, weil selbst der Stürmer garantiert dir nicht, dass du es irgendwie mehr erreichst und dann das Geld wieder reinholst. Das ist korrekt. Du weißt nicht, wann du wieder Zuschauer haben darfst. Du weißt nicht, wie viel Geld im Sommermarkt drin ist. Kannst dich auch nicht drauf verlassen. Ja, da kann ich nicht denken, naja, wir werden jetzt hier schon die paar Millionen für den und den Spieler kriegen. Das wissen die auch nicht. Das heißt, wir müssen so seriös, wie es geht, wirtschaften und haben das wahrscheinlich richtig entschieden in dem Fall. Nichtsdestotrotz wäre es halt trotzdem was gewesen. Und um einfach, wie gesagt, auch zu zeigen hier, Leute, wir haben das erkannt und das fehlt mir auch so ein bisschen so. Ich meine, die haben ja Lammas geholt. Die wollten ja scheinbar irgendwas von Lammas. Die haben ja gesagt, hier, Digga, hast du das? Kannst du das? Der hat gesagt, ja. Wir haben gemerkt, nee, dann willst du ja eigentlich trotzdem das haben, was du von Lammas ursprünglich haben wolltest. Und für mich gibt es nur einen Grund, dass er das nicht gemacht hat. Und das ist die finanzielle Situation, und das ist maximal frustrierend, dass du halt siehst, dass die Eintracht für solche Dinge unfassbar strampeln muss, während andere sich das einfach zusammenscheißen und denen das völlig egal ist. So, liebe Grüße nach Berlin und Wolfsburg. Das ist halt einfach nervig. Weil für die Eintracht wäre es ein wichtiger Moseikstein gewesen, den sie sich leisten kann. Und andere holen halt mal hier mal ein, mal da mal ein, gerne, holen wir hier mal noch ein und bla bla. Und du musst halt gucken, wie du das hinbekommst. Vielleicht, und das ist der letzte Punkt, den ich der Eintracht vielleicht zuschreiben würde. Ich habe mir halt auch einfach gedacht, gut, dass da vorne mit den dreien funktioniert so gut. Wir haben keinen Bock, dir niemanden vor den Nasen zu setzen. Wird in den Überlegungen mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt haben. Aber dann kommt halt auch wieder der Punkt, den Patricia ja gerade eben schon angeführt hat. Dann darf halt auch von den dreien keiner ausfallen. Sonst hast du da halt auch vielleicht wieder weniger Alternativen. Ich weiß, also ich bin mir sicher, das war mit Sicherheit keine Überlegung von irgendwelchen Offiziellen. Aber also mein Gedanke, ich habe tatsächlich Gonzalo Pacienz ja noch nicht so ganz abgeschrieben. Also der ist für mich zum Beispiel jetzt auch, wo Kamada rausfällt, so ein bisschen die Chance einfach mal zu gucken, wie Boree und er zusammenspielen könnten. Also vielleicht sehe ich das auch viel zu sehr durch meine rosa-rote Wunschbrille. Aber wann immer er reingekommen ist, hat er gezeigt, dass er Tore machen kann. Aber er hat halt nie mehr wie seine 10, 15 Minuten irgendwo bekommen. Das sehe ich anders. Ich finde, Pacienz ja hat hier in Frankfurt genug Startelf-Einsätze gehabt und einfach gezeigt, dass es nicht ausreicht. Meiner Meinung nach. Für mich ist Pacienz ja der perfekte Einwechselstürmer. Der kommt mal stark, der kann irgendwie als Joker agieren, aber dafür ist der unfassbar viel zu teuer für diese Rolle. Da kannst du dir einen kaufen, der es ein Drittel davon kostet. Pacienz ja war meine einzige Hoffnung im Winter gewesen, der Spielraum geschaffen hätte. Ich glaube, wenn die Pacienz ja von der Payroll bekommen hätten, hätten die einen ausgeliehen. Aber haben sie nicht geschafft. Kann ich ihn auch verstehen, warum soll der auf Cash verzichten, wenn der sich ja trotzdem, ich meine, der ist ja immer gut gelaunt, macht sich ein gutes Leben. Also dem kann man uns, glaube ich, nicht vorwerfen. Ich glaube aber, das wäre das Puzzlestück gewesen zu sagen, wenn wir den losgeworden wären, hätte was funktioniert. Und Marvin hat es vorhin angesprochen, Daniel Acosta auch. Ich glaube, einen von den fetten Verträgen hätte sie loswerden müssen, um Spielraum zu haben, um jemanden zu leihen. Ja, klar, wie du schon so richtig sagst, man kann es ihnen natürlich auch nicht wirklich verübeln, wenn sie halt sagen, ey, war ich einmal auf dem Level, da jetzt irgendwie großartig drunter zu gehen, habe ich jetzt auch keinen Bock. Und dann kommen wir wieder in das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube auch, dass einfach viele Vereine gerade nicht so mit der Kohle umherschmeißen können, wie sie es vielleicht gerne tun würden. Dann zahlst du natürlich auch keine großartigen Gehälter. Ja, vor allem halt für so Spieler, die ja auch keine Rolle beziehungsweise nur eine untergeordnete Rolle spielen in einem Kader. Ja, klar. Klar, die Stammspieler werden weiterhin weggekauft und für die wird man auch irgendwie Gehaltsplätze schaffen in Vereinen, aber halt eben so Reservisten, ja, ist halt schwierig, da jemanden zu holen und dem dann auch so viel Gehalt zu bieten. Das macht halt keiner. Aber wie ihr schon gesagt habt, ich kann es auch verstehen, dass du da als Spieler sagst, ja, es ist ja auch nicht vorausgesetzt, dass du dann beim neuen Verein so viel mehr Glück hast und da vielleicht zum Stammspieler wirst. Also das weiß man ja nicht. Und du kriegst aber trotzdem erst mal niedrigeres Gehalt. Musst du dir auch überlegen, ob du es überhaupt machen willst, wenn du dich hier wohlfühlst. Und es ist ja scheinbar sowohl bei der Niederkoster als auch bei Patienz ja so, dass die sich jetzt in Frankfurt nicht unbedingt unwohl fühlen und unbedingt weg möchten. Also es ist halt aus vielerlei Hinsicht in, ja, von allen Seiten irgendwie verständlich, aber ärgerlich in dem Sinne, ja, dass man davon irgendwie nicht profitieren kann. Also man kommt halt nicht voran, wenn man nicht Platz schafft aktuell. Und das ist halt diese frustrierende Situation. Das wird sich, glaube ich, aber auch noch länger ziehen. Also sagen wir mal selbst, das wird dieses Jahr irgendwie besser und Zuschauer kommen auch zurück. Aber da ist ja so ein Loch reingerissen, sage ich mal. Ich glaube, davon muss sich erstens der Markt und ganz, ganz viele Vereine müssen sich davon erst mal erholen. Das wird, glaube ich, weiterhin zäh bleiben jetzt über die nächsten, weiß ich nicht, paar Jahre, sage ich mal. Ich sage einfach mal paar Jahre, weil ich nicht einschätzen kann, es ist jetzt ein Jahr, sondern es fünf Jahre. Aber ich glaube, damit werden wir uns noch öfter beschäftigen müssen, auch wenn es eigentlich so dieses Groß der Pandemie dann schon rum ist. Ja, aber die Nachwirkungen kommen noch ein paar Jahre mit. Ja, aber die Big Money Contracts, da musst du trotzdem überlegen, musst du ja einfach trotzdem überlegen, was sie halt damit macht. Und Patience, natürlich wurde das halt vor der Pandemie geschlossen, beziehungsweise in einer seiner Hochphasen. Das ist natürlich jetzt eine Sache, das hängt dir nach. Auch ein Il-Sanker verdient ordentlich, ordentlich viel Geld. Also das sind halt alles genau diese Sachen, die dir natürlich nachhören. Gleichzeitig ist es natürlich so, wie Patricia sagt. Wir haben auch ehrlich gesagt einen Wettbewerbsnachteil, muss man sich auch mal ganz realistisch überlegen, wie das momentan in Deutschland ist, wenn ich in andere Länder gucke. Das scheinen viele Sachverhalte ja weniger problematisch gehandhabt zu werden. Und das ist natürlich, man reißt die Schere noch weiter auseinander. Und zudem wird auch die Schere innerhalb der Bundesliga weiter auseinander klaffen, weil natürlich haben wir Vereine wie Wolfsburg, Wolfsburg, ja. Man kann mal sagen, okay, die haben Vote-W-Korst zum potenziellen Absteiger verkauft und dafür Geld bekommen und was sie dann wieder reinvestiert haben. Aber trotzdem haben die ja keine Probleme. Auch Hoffenheim hat ordentlich investiert. Wir sehen halt, die Schere wird auch hier. Es gibt immer Vereine, denen es einfach scheißegal ist. Und der Eintracht, die hat jahrelang gut gewirtschaftet und die hat einen ordentlichen Job gemacht. Aber der ist es halt nicht scheißegal, weil die halt, also im Endeffekt ist halt natürlich die Eintracht so ein bisschen, auch die CDU, die schwarze Null muss stehen, ja. Also in dieser Hinsicht muss man auch mal sagen, in vielen anderen Punkten, wahrscheinlich der ein oder andere Hörer mag das unterschiedlich interpretieren. Ein oder andere sagt vielleicht glücklicherweise nicht. Aber zumindest was Finanzen angeht, ist das, die Eintracht ja mittlerweile sehr auf rationalem Boden unterwegs. Und da werden halt solche Experimente, von denen du nicht weißt, ob sie sich auszahlen, halt nicht gemacht. Und das ist halt die Realität, vor der wir leben, weil wir wissen auch nicht, wären Stürmer da gewesen, wäre das auch nicht sicher, die Teilnahme, erneute Teilnahme in Europa liebt gewesen, wo es ja echt schwierig ist, auch diese wieder zu erreichen. Wir wissen halt, du weißt halt nichts, du kannst nichts planen. Und im Endeffekt kann man auch sagen, auch mit dem Kader kann es mit viel Glück passieren, eventuell halt sogar auch über den Weg der Euroleague, in der wir ja immer noch sind. Also es gibt so viele Unwägbarkeiten, absteigen werden wir definitiv nicht. Aber alles andere ist absolut ein Vauban-Spiel. Ich will nur sagen, je schlechter wir uns natürlich aber auch tabellarisch positionieren in dieser Saison, desto schwieriger wird es dann halt auch, auch das ist finanziell relevant. Auch da geht es darum, wer würde kommen, wenn wir ins Halbfinale der Euroleague kommen und uns erneut international gut präsentiert haben, können wir auch den einen oder anderen wieder anlocken. Es sind so viele Faktoren und im Endeffekt kann man nur froh sein, dass die Eintracht mit Grösche offenbar zumindest perspektivisch jetzt schon agiert, mit Kolomoanyi, der geholt wurde, mit einem Alidou, der jetzt auch schon mehr oder weniger fest verpflichtet wurde vom HSV, mit anderen Spielern, die ebenfalls einen unterschriftsreifen Vertrag präsentiert bekommen haben und dementsprechend wahrscheinlich im Sommer zur Eintracht kommen und dementsprechend auch keine Ablösekosten. Wir wissen über Jakic Bescheid, dessen Vertrag ja dann auch festgezurrt werden soll. Also das sind alles sehr, sehr positive Faktoren, die mich glücklich stimmen, die vielleicht auch eine neue Grundformationen bilden, aber wir werden diesen Wechsel haben, auch weil wir im Vergleich zu diesen Big-Money-Clubs, die externe Sponsoren und vielleicht ja auch ein anderes haben, halt ein bisschen hinten durchhängen. Ja, ich finde gut, dass du es nochmal zusammengefasst hast, weil am Endeffekt hat Grösche alles richtig gemacht und wir können froh sein, dass wir in so einer Phase so jemanden haben, der da so besonnen ist und irgendwie auch nichts Wildes macht. Erinnert euch an den Vinicius-Transfer, der nicht geklappt hat, wo er gesagt hat, er will mit 10 Millionen Euro und nicht die Zukunft der Eintrag verkaufen und tütet halt jetzt schon viel, viel ein. Geld, was du jetzt nicht ausgibst, kann vielleicht im Sommer investiert werden. Also es ist wahrscheinlich langfristig sogar besser, was er gemacht hat und der ist halt an diese Gegebenheiten gebunden, die du gerade beschrieben hast und das frustrierendste ist halt, was die Leute um dich herum machen. Dass irgendwie, der eine leidet mehr unter Corona als der andere, das ist halt so. Und diese Schere geht halt auseinander und die andere kann eben nicht reagieren, wenn andere das machen können. Es ist jetzt so und es ist ja auch nicht so, dass wir komplett gar nicht reagiert haben, zumindest eine von zwei Schwachstellen. Der ist ja probiert worden, irgendwie zu beheben. Und von daher können wir da, glaube ich, einigermaßen zufrieden sein, was das betrifft, dass jetzt auch hier kein Harakiri gemacht wird und am Ende hast du dann im Sommer irgendwie kein Geld mehr. Es ist halt schade, aber ich glaube, Krösche ist da schon ruhig genug, um das irgendwie zu überblicken. Ja, dem würde ich mich so anschließen. Habt ihr noch was zum Thema Transferfenster? Ich habe es ja schon angeteasert. Ich finde gut, dass die andere Ansgar Knauf geholt hat. Vielleicht ist er derjenige, der fünfte jetzt. Überleg dir mal, die andere hat fünf Leute für die rechte Seite in so Kader. Also eigentlich müsste es nach dem, was ich in Stochastik gelernt habe. Müsste es jetzt mal klappen. So. Ne, das ist auch meine. Also jetzt habe ich wieder neun auf der rechten Seite, in denen ich meine Hoffnung legen kann. Ich habe es ja schon mit Touré gemacht, die ganze Zeit. Das hat ja, ich konnte noch die längste Zeit machen. Aber jetzt ist dann auch irgendwo der Punkt, wo selbst ich mich davon verabschieden musste. Temporär zumindest. Aber jetzt habe ich ja jemanden neuen und ich werde das auch einfach tun. Klar muss man warten, wie kommt der hier an, wie lebt er sich hier ein, wie findet er in den Kader rein, wie weit ist er insgesamt. Aber mein Gott, so kann es jetzt viel schlimmer werden. Ich glaube nicht. Und wenigstens gibt es da eine Hoffnung. Es ist ja auch ein offensiver Spieler, der bringt halt andere Anlagen mit als die ganzen Rechtsverteidiger, die wir da haben. Deswegen habe ich Hoffnung, dass wenn er auf der rechten Seite spielt, es dann schon mal ein anderes Element ist. und es kann sein, dass es nicht klappt, aber wenigstens werden wir irgendwie was anderes sehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann es gerade schlecht ausdrücken, weil ich Wortfindungsstörungen habe. Aber im Endeffekt hast du es trotz deiner Wortfindungsstörung, die ich nicht bemerkt habe, ja gut beschrieben. Es ist besser als gar nichts. Ja, genau. Du hast vier Rubblose gekauft. Natürlich ist es besser, ein Fünftes zu kaufen, selbst wenn da auch nichts dabei ist. Aber es ist halt trotzdem besser so, als wenn du denkst, oh Gott, hätte ich mir mal das Fünftel losgekauft. Du wirst es jetzt sehen, vielleicht schafft er es auch nicht, vielleicht ist diese Seite einfach verflucht. Er hext. Er weiß. Aber dann, umso mehr Leute wir ausprobieren, umso sicherer können wir halt sagen, woran es liegt. Und ich glaube einfach, dass er alles mitbringen würde. Ich weiß natürlich nicht, ein Paratrizier hat das ja zu Recht eingeschränkt. Ich weiß natürlich nicht, wie schnell der sich hier reinfinden kann. Aber was ich weiß, dass die Hürde Richtung Startelf auf der Position, glaube ich, am kleinsten ist. Ja klar, also das ist sicherlich richtig und vielleicht profitiert er auch ein Stück weit jetzt dann im kommenden Spiel oder in einem der kommenden Spiele, ich glaube das jetzt für Stuttgart direkt schon relevant wird, von dem Ausfall von Karmada, dass man dann sagt, okay, wir gehen vielleicht ein bisschen in ein anderes System und gehen da halt eher auf so eine Flügelzangenvariante oder irgendwas, das könnte natürlich auch nochmal reinkommen. Er hat natürlich einfach auch extrem wenig Spielzeit gehabt bislang in dieser Saison. Also er hat ein paar, die meisten Einsätze in der dritten Liga, aber in Summe hat er halt einfach wahnsinnig wenig Spielzeit gehabt. Also da muss man natürlich auch, wie er so recht sagt, gucken, inwieweit das dann jetzt auch so alles passt. Was sagt denn Alex dazu, zu Ansgar Knauf? Weil von ihr habe ich ja noch gar nichts gehört dazu. Ich finde es mega. Wir hatten es aber, also ich hatte es vor ein paar Wochen im Podcast auch schon mal gesagt, war ja auch eins der Gerüchte, die schon ein bisschen älter sind. Also ich finde es, ich feiere es voll. Finde ich eine super, eine super Sache. Mach es ein bisschen, aber gut, sowas ist wahrscheinlich auch nicht anders machbar. Ist halt auch schade, dass es keine Kaufoptionen gibt. Mhm. Aber ja, mal abwarten. Also wer weiß, was die nächsten anderthalb Jahre alles noch passiert. Und ja. Ja, das hatten wir ja glaube ich, Marvin, da hatten wir darüber gesprochen in der letzten Sendung oder in der vorletzten, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also ich finde das prinzipiell mit diesen Kaufoptionen erstmal jetzt nicht tragisch. A, kann man sowas immer noch mal nachverhandeln und B, selbst wenn es nicht funktioniert, hat man dann ja am Ende nochmal die Möglichkeit oder was natürlich auch immer die Variante ist, dass der Spieler halt einfach wirklich performt und uns damit halt auch hilft, besser zu werden. Und dann können wir damit wieder potenzielle andere Spieler auf uns aufmerksam machen. Also das finde ich jetzt kein, kein so hartes Kriterium. Grundlegend würde ich mir halt einfach erstmal wünschen, dass er die Möglichkeit hat, Einsatzzeit zu bekommen, wovon ich jetzt mal von ausgehe, sonst hätte man ihn nicht leihen müssen. Und dass uns das halt einfach weiterhilft und wir nicht immer dazu verdammt sind, einfach nur diese linke Seite zu beackern. Ja, ja. Vor allen Dingen es hat ja wirklich, sorry, wirklich niemand bislang gezeigt, dass er auf der Seite echt eine Alternative ist. Also, bin da auch nicht der größte Fan von Chandler gewesen. Der hat es am wenigsten schlecht vielleicht gemacht, aber auch nicht, aber auch nicht so, dass man zufrieden sein konnte. Ja. Ja. Also da hoffe ich einfach drauf, aber Marvin, du wolltest gerade noch was sagen. Ne, also ich freue mich auch, ich hatte das ja schon mehrfach artikuliert, dass ich darüber durchaus glücklich bin, dass Optionen auf der rechten Seite geschaffen wurden. Mit Ansgar Knauf haben wir für meinen Dafürhalten sehr sympathischen Kerl bekommen, der sich offenbar auch schon ganz gut in der Mannschaft einfindet und hoffe einfach darauf, dass das funktioniert. Aber es ist halt, es bleibt wie es ist. Das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Wintertransferfenster gewesen. Eines, was ich in dieser Form grundsätzlich einfach noch nicht oft erlebt habe, wo ich einfach merke, natürlich diese Schlinge der finanziellen Unwägbarkeiten zieht gerade bei Vereinen, die gelten auch irgendwo selbst erwirtschaften zu. Vereine, die lange darauf achten, dass sie keinen finanziellen Unsinn, die vielleicht eine Vorgeschichte haben, machen genau das halt nicht mehr, achten darauf. Und dann gibt es einfach diese Problematik. Und es ist natürlich auch so, René, du hast es vorhin ganz gut artikuliert, gleichzeitig willst du deinen Kader auch nicht zu dünn machen, weil du nicht weißt, was passiert. Es kann jederzeit irgendwas passieren, dass du acht Corona-Fälle hast, weil einer sich angesteckt hat, du wusstest es nicht und zack, hast du keine Ahnung, die haben sich abends zum Bowling getroffen und dann stehst du da und hast richtig Scheiße am Schuh. Deswegen ist die Kaderbreite, auch wenn sie für den einen oder anderen Spieler sogar scheiße ist, weil er einfach keine Möglichkeit hat, dauerhaft irgendwo Spieleinsatzzeit zu bekommen. Trotzdem irgendwo notwendig, weil gerade diese Zeit halt ist, in zwei Monaten, drei Monaten Corona wird es wieder anders aussehen, da wird es wahrscheinlich auch im Transferfenster wieder anders laufen, aber gerade ist es halt so, dementsprechend hast du auch viele potenzielle Spieler wahrscheinlich dann auch nicht auch veräußert oder warst genau drauf. Deswegen hast du beispielsweise diese Marko-Deal, also meine Güte, wie frech ist das, ich rede mir immer noch über diese Mainz-Geschichte, auf meine Güte. Sollen wir denn Geld zahlen? Was soll das denn? Also das ist doch unfassbar, Mainz, wie es singt und lacht, haben wahrscheinlich zu viel Kamenbälle sich da reingestupft. Aber gut, es ist ein bisschen absurd, wir müssen jetzt damit leben und für mich ist es tatsächlich trotzdem so, dass ich sage, meine Erwartungen an diese Saison sind, dass ich ehrlich gesagt nichts erwarte, dass ich mich freue, wenn das gut läuft, wenn auf Platz 9 bis 12 sich was einpendelt oder 9 bis 13, ist es auch okay, dann können wir vielleicht ein paar dieser Kräfte, die wir noch haben, im europäischen Wettbewerb rauslassen und da ein bisschen brillieren und dann ist es für mich auch in Ordnung. Ich hoffe nur, dass dann irgendwann der Haken dran ist und dass wir uns nicht mehr darüber unterhalten, Geisterspiele, dies, das, ananas, dass wir uns dann irgendwie auf ein Konzept geeinigt haben, verständigt haben, vereinigt oder geständigt, also ihr wisst, was ich meine, dass wir uns darauf vereinigt oder, nein, geeinigt, Mann! Dass es läuft und dass wir dann vielleicht wirklich in sicherere, auch finanziell sichere Zeiten kommen. Ja. Ja. Ja, weil es vor allen Dingen im Nachhinein so ein bisschen bitter ist, ne, also wie einfach wäre dieses Jahr dieser scheiß DFB-Pokal? Was machst du, das, das fass auf. Ne, ne, wollte ich nicht aufmachen, so, aber es sind halt alles so Sachen, ne, also wenn du es über die Liga nicht schaffst, das hätte dies Jahr auch ein einfacher Weg sein können. Aber gut, ein paar gute Sachen hat die Saison ja schon gebracht, ne, also in Linström hat sich mega geil entwickelt, wer weiß, ob er die viele Einsatzzeit bekommen hätte und so schnell vorangekommen wäre, wenn wir echt Alternativen auch vorne gehabt hätten, so, also ein paar Sachen, die aus der Not geboren sind, die bringen auch manchmal, auch manchmal gute Sachen hervor. Und wer weiß, also, ich meine, die Hinrunde lief dann zwischenzeitlich auch viel besser, als wir es erwartet haben. Ähm, Entschuldigung, Siri wollte, wollte kurz was sagen. Wollte auch was sagen, ja. Ja, genau. Ähm, und deswegen, ja, also ich bin gar nicht, ich, ja, vielleicht so ein bisschen Zweckoptimismus, ne, so, ja. Ja. Aber gar nicht so ganz negativ. Nee, also die Saison hat mit Sicherheit auch gewisse Vorteile, aber ähnliches, wie du sagst, so einfach, wie es für den Pokal wäre, finde ich, so einfach könnte es auch über die Liga sein. Aber sagen wir das nicht jedes Jahr? Also es ist doch jedes Jahr irgendwie, es sind doch jedes Jahr irgendwie zwei, drei große Vereine, die es so richtig verkacken und auf einmal unten mit drin hängen. Wer hätte denn gedacht, dass Gladbach sich, sich so die Hosen auslässt in dieser Saison, ne? Also, wer dieses Jahr alles unten im Abstiegskampf mit drin ist. Ja, aber es ändert ja nichts daran, dass es ärgerlich bleibt. Ja. Nur weil es oft ist, heißt es ja nicht, dass es nicht wirklich einfacher wäre. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr wieder so. So, das will ich damit sagen, ne? Nicht, dass man die Chance dieses Jahr nicht erst soll. Ja, aber das ist ja genauso ärgerlich. Also das ist einfach, kannst du ja nicht sagen, naja gut, vielleicht nichts. Also am Ende hätte die Eintracht mit ein bisschen mehr Nachdruck und ein bisschen mehr Glück vielleicht halt, aber einfach auch, wirklich, klar, letzte Saison sowieso, aber auch diese Saison bleibe ich dabei. Wenn irgendwie alles zusammengepasst hätte, dann hättest du dieses Jahr auch in ähnliche Rollen spielen können wie Union und Freiburg. Weil wenn Union und Freiburg das können, kannst du es auch. Und das ist trotzdem was anderes. Wenn die ersten drei, Dortmund, Bayern, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg sind oder die ersten fünf dann, dann kannst du dahinter sein und sagen, okay, was sollen wir jetzt machen? So, geht nicht anders. Wenn es aber, ne, so ist das Vereine mit vergleichbaren Mitteln wie du da oben drin rumhängen, dann ist es, bleibt es für mich so, dass ich mich ärgere. Also es ist tatsächlich so. Es ist für mich ein Unterschied, ob du Vereine drüber hast, wo du weißt, okay, da kommen wir halt nicht ran, was sollen wir jetzt machen? Oder ob du denkst, joa, keine Ahnung. Also das wäre für uns vielleicht auch drin gewesen. Ja. Ja, stimme ich dir komplett zu. Aber gut. Wir werden jetzt einfach sehen, was die kommenden Spiele so mit sich bringen und in welche Richtung sich das dann jetzt bewegt. Vielleicht haben wir jetzt ja auch ein bisschen mehr Glück in den Spielen, dass vielleicht auch da das eine oder andere zu unseren Gunsten läuft und Ansgar Knauf jetzt direkt irgendwie einschlägt und dann reden wir in zwei Wochen vielleicht schon wieder komplett anders darüber. Mal sehen. Wir waren beim Thema Investitionen und wie viele andere Vereine bereit sind, zu investieren, auch in so einem komischen Corona-Winter-Transfer-Fenster. Und mit dem Thema Investitionen sind wir auch direkt bei unserem großen Sonderthema für diese Woche, nämlich der Frage, wie viel muss man eigentlich heutzutage pro Monat investieren, wenn man Fußball im Fernsehen schauen kann? Und wir haben da mal die Hörerinnen und Hörer gefragt, aber bevor wir dazu kommen, was wir da so an Rückmeldung bekommen haben, würde mich mal interessieren, wo liegt denn eure persönliche monatliche Schmerzgrenze, was seid ihr bereit für Fußball im Fernsehen auszugeben? Patricia? Ach, warum ich als erstes? Ich habe mir wahrscheinlich jeder als einzige keinen genauen Betrag überlegt. Weil ich das wusste, dass das so ist, habe ich gedacht, ich frage dich zuerst. Ähm, nee, schwierig. Also, ich finde es immer schwerst zu unterscheiden, einfach weil zum Beispiel DAZN, worüber wir jetzt gleich reden werden, auch noch andere Inhalte als Fußball mit anbietet und du kannst es ja nicht als einzelnes Fußballpaket buchen. Das ist korrekt. Von daher sagen wir mal in dem Umfang, man bucht sich jetzt DAZN, bekommt Fußball plus diverse andere Sachen, wo man vielleicht mal reinschauen möchte oder auch nicht, plus dann die Fußballpakete von Sky. Ja, weiß nicht, ich glaube, so 50 Euro würde ich noch machen. Viel weiter drüber muss dann jetzt aber auch nicht sein. Basti, du hast schon gezuckt, ich habe es gehört. Was habe ich? Gezuckt, innerlich. Ähm, ich muss sagen, dass es mir ganz schwerfällt, das irgendwie einzuordnen, weil wir ja nicht nur über die Bundesliga immer sprechen, sondern du hast die Champions League dabei, du hast andere Ligen dabei, du hast US-Sport dabei, teilweise ist noch Wrestling dabei. Ja, genau, das habe ich auch alles mit eingerechnet, also, dass man diese ganzen Fußballpakete auf jeden Fall, also, dass man nicht nur Bundesliga bekommt, sondern Champions League, Pokale und so weiter und so fort, weil, also 50 Euro nur für die Bundesliga ist eine andere Geschichte dann. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so, wenn ich wüsste, ich kriege alles, es ist ja jetzt noch verteilt, Sky hat die Premier League, dann ist die Liga da und das ist da, wenn ich wirklich alles kriegen würde, wäre ich wahrscheinlich nicht sogar bereit, 60, 70 Euro dafür zu bezahlen. Ja, das glaube ich auch. Aber, das muss halt alles sein, also, es muss halt, dann muss NHL dabei sein, NBA, NFL, BBE, so wie ist es ja teilweise, wenn ich Dazorn habe, kann ich Wrestling schauen, wenn ich Dazorn habe, kann ich die Primera Division teilweise schauen. Das Ding ist, es ist so verteilt und dann verliert der eine immer was, dann kriegt der andere immer was dazu. Wenn ich eine Garantie hätte, dass ich alles, 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 alles schauen kann, was Sport betrifft, dann würde ich wirklich wahrscheinlich 60 Euro zahlen. Boah, das ist echt eine spannende Diskussion, weil ich muss jetzt sagen, ich kann das gar nicht, also ich muss es trennen tatsächlich, weil wir haben ja schon öfter drüber geredet, wenn ich über Wrestling rede, da habe ich ja auch unterschiedliche Streaming-Dienste, dann habe ich irgendwie das WWE-Network, dann habe ich irgendwie WXW, dann habe ich irgendwie einen japanischen Anbieter, ich teile mir mit anderen Kollegen noch weitere japanische Anbieter, dann gibt es das Pay-Per-View-Konzept, das ganz klassische über Pay-TV, wo ich dann 10er für eine Großveranstaltung vielleicht mal zahle, also da kommt richtig was dazu und dann habe ich bei weitem noch nicht das alles abonniert, was ich abonnieren könnte. So, und da bin ich natürlich auch bei einer krass ordentlichen Summe schon und wenn ich aber jetzt überlege, was wäre mir die Bundesliga und wenn ich jetzt sage, ich gehe nur auf Bundesliga, ne? Das ist was anderes. Und da ist es halt wirklich was anderes und da muss ich sagen, hört es halt bei mir, wenn ich sage, nur Bundesliga, da hört es bei mir ganz streng genommen für 30, 35 Euro auf, weil... Nur Bundesliga ist safe, nur 30 Euro. Genau, weil ehrlich gesagt, ich will ins Stadion. Ich will Woche für Woche ins Stadion, vielleicht alle zwei Wochen zumindest zu Hause, dann gucke ich die Eintracht und dann gehe ich mit dem Bassi einen trinken und dann gucken wir nebenbei vielleicht irgendwie noch was der Klassico oder der scheiß Plastico macht, ja, wen interessiert. Ja, aber dann trinken wir ein Bierchen dabei, freuen uns und dann ist es auch okay und dann gucke ich mir vielleicht wirklich und dann komme ich wirklich zurück zu den Klassikern und dann gucke ich mir die Sportschau an oder sonst irgendwas, dann reicht mir das. Dann bin ich vollkommen safe, dann brauche ich das nicht. Ganz ehrlich, sich an einem Sonntag da hin zu pflanzen und Hoffenheim gegen, ja, was weiß ich, gegen Augsburg anzugucken, ja, meine Güte, das ist ein Sonntag, da kann ich mir auch einfach die Augen auskratzen, ich kann mir auch einfach Seife in die Augen packen, das ist genauso attraktiver Quatschfußballon, auch wenn ein Peppi da rumwurschtelt, meine Güte, es ist einfach kein attraktiver Fußball, das muss ich leider so sagen und deswegen mehr als 30 Euro sehe ich da auf gar keinen Fall. Ich muss eine Einschränkung noch machen, weil Marvin jetzt ein wichtiges Thema dazu aufgemacht hat, wahrscheinlich sind es bei mir sogar nur 20 Euro, wenn alles normal ist. Weil diese 30 Euro ist wahrscheinlich der Corona-Bonus, den ich im Kopf habe, weil ich jetzt momentan auch viel Fernsehen schauen muss. Ja. Normalerweise verpasse ich viel, also Heimspiel sowieso immer da, dann Auswärtsspiele verpasse ich vielleicht 5, 6 im Jahr, das heißt, ich gucke 5, 6 Mal die Eintracht, das heißt, eigentlich kann ich die Eintracht rausrechnen, weil ich da probiere, immer da zu sein oder wenn, dann mit mehreren Leuten zu schauen, wenn ich es schon Fernsehen schauen muss. Und dann, und das hat Marvin jetzt genau richtig gesagt, für was soll ich denn überhaupt eigentlich noch zahlen? Theoretisch gesehen, wenn ich umso länger ich darüber nachdenke, bin ich eigentlich gar nicht mehr bereit, Geld für die Bundesliga zu zahlen, außerhalb von der Eintracht, weil, wann schaue ich mir das an? Ich überlege gerade, so, also, klar, jetzt muss ich und natürlich läuft auch mal die Konferenz nebenbei, wenn ich hier putze oder sonst irgendwas mache, aber wann ich das letzte Mal bewusst Bundesliga eingeschaltet habe, boah, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, also, bei mir, wenn wir Corona ausblenden, ist der Betrag für die aktuelle Bundesliga bei mir sogar nur bei 20 Euro. Damit liegst du auch eher so in der Range, die wir von den Hörerinnen und Hörern bekommen haben, also, ich hatte ja nur gefragt, was seid ihr bereit zu bezahlen für Fußball, also, ich habe es extra allgemein gehalten und sehr viele haben auch geschrieben, ja, also, am liebsten würde ich nur Spiele von meinem Verein gucken und dann eher so 5 bis 10 Euro pro Spiel oder so ein Season Pass für 200 Eppes Euro und dann ist auch alles safe, aber viele haben auch gesagt so, ja, wenn ich jetzt nur Bundesliga maximal 25 Euro, die meisten waren so eher in der Range 15 bis 20 und haben immer drunter geschrieben, also, die Bundesliga ist so ein schlechtes Produkt und die Berichterstattung rundherum ist so schlecht, wenn ich da 20 Euro im Monat ausgebe, ist das viel. Das würde ich gerne, also, das wundert mich ein bisschen, dass das bislang noch keiner von euch gesagt hat, also, um das vorwegzunehmen, ich habe keinen Betrag, ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen wie früher mit dem Rauchen, also, wenn die Kippen mal 5-Mack-Kosten-Geld da höre ich auf, ich habe geraucht, bis sie, ich glaube, ich habe 6 Euro bezahlt, also, keine Ahnung, was der Shit heute kostet und wahrscheinlich können sie es mit mir, ja, eigentlich machen sie es mit mir seit Jahren schon so, also, ich reg mich die ganze Zeit schon darüber auf, dass ich noch ein Abo hier und noch ein Abo da abschließe, ich mache es aber am Ende des Tages trotzdem, wahrscheinlich tut es mir noch nicht genug weh. So, deswegen, also, ich kann dir keinen Betrag nennen, aber, in dieser ganzen The Zone-Diskussion kommt mir ein bisschen zu kurz, dass ich The Zone-Berichterstattung tatsächlich gern gucke. Die bringen qualitativ einen ganz anderen Mehrwert rein, als es diese verfluchte Sky-Bande mittlerweile macht, wo wirklich in keiner Saison mal irgendwas Neues dabei ist, ich kann diesen Maier an seiner Tafel einfach nicht mehr sehen, da springen die gleichen Nasen seit Jahr und Tag rum, da ist überhaupt nichts Innovatives irgendwo dabei und dazu kommt auch noch, dass ich bei Sky für dieses Abo ein Arsch voll Geld bezahle und trotzdem zugeschüttet werde mit bekackter Werbung und das ist der Punkt, der mich richtig stört, wenn ich die Möglichkeit hätte, alles bei The Zone zu haben und auch in der Qualität wäre das für mich eine ganz andere, also eigentlich nervt mich Sky und überhaupt nicht, dass The Zone für das, was sie machen, was sie wirklich gut machen in meinen Augen, jetzt auch mal anständig Geld verlangt. Deswegen finde ich die Diskussion, die gerade auf dem Rücken von The Zone ausgetragen wird, ein bisschen unfair, weil man meint... Aber warum? Jetzt mal ganz kurz, The Zone in allen Ehren und die machen das schon gut und ich würde auch lieber alles bei The Zone haben, aber nicht vergessen, die haben nur die Freitag- und Sonntagsspiele. Ja, das ist halt das Thema. Also ich würde... Ja, aber dann präzierst du sie wieder nur auf die Bundesliga. Ja, aber das ist doch genau die Diskussion, das ist ja genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das müssen wir halt trennen. Also theoretisch gesehen, wenn ich jetzt Bundesliga sehen will, wenn ich Bundesliga sehen will, muss ich 55 Euro im Monat bezahlen. Wenn ich bei Sky jetzt nicht... Gut, bei Sky kann es auch umfahren, sagen wir mal 50 Euro im Monat. Das ist zu viel. Eigentlich musst du noch mehr, weil du zahlst ja auch noch deine GEZ-Gebühren. Du hast ja erstmal deinen Sofans fragen, ob du überhaupt noch den ganzen Kram... So, jetzt haben wir aber nicht gemettert hier. Und bei The Zone kannst du dir halt, anders als bei Sky, das sehe ich bei Sky als Vorteil, bei The Zone kannst du dir die Bundesliga nicht raustrennen. So, was ist denn, wenn ich jetzt den ganzen anderen Kram gar nicht haben will? Was ist denn, wenn ich nur Bundesliga schauen will? Kann ich nicht. Ich muss immer Zeug dazunehmen. Ich muss 50 Euro im Monat. Wenn ich sage, ich bin nur Bundesliga-Fan, gibt es ja bestimmt auch. Ja. Da muss ich 50 Euro im Monat bezahlen. Und das ist eine Katastrophe. Einfach. Punkt. Ja, ist wirklich so, weil du das halt nicht als Pakete raustrennen kannst. Und keine Ahnung, für mich ist es aktuell noch okay. Ich schaue auch andere Sachen auf The Zone. Aber wenn ich mir wirklich bedenke, dann haben die Freitags- und Sonntagsspiele. Und dann stell dir mal vor, du schaust auch nur deinen Verein überwiegend. Und der hat dann vielleicht im Monat, weiß ich nicht, mal ein Sonntagsspiel, zwei Sonntagsspiele. Dann hast du halt wirklich das komplette Paket für zwei Spiele bezahlt. Und das ist dann schon auch wirklich hart. Aber musst du ja. Also du kommst ja anders nicht ran. Aber dafür würde ich es tatsächlich nicht machen. Weil auf die zwei Spiele, also wenn es mir nur um meinen Verein und der spielt nur in der Bundesliga, wenn es mir nur darum geht, dann würde ich sagen, The Zone fick dich, ich zahle dir keine 30 Euro. Die zwei Spiele, das sind einfach die zwei Spiele, die ich mir einfach nicht angucke. Oder ich gucke, ob ich mit Kumpels eine Auswärtsfahrt hinkriege. Aber auf die zwei Spiele würde ich verzichten, bevor ich da ein 30er zahle. Wir sehen, wie schwierig es ist. Ja, aber für mich kannst du halt auch die Bundesliga nicht so raustrennen. Weil du hast ja dann immer noch irgendwelche andere Wettbewerbe. Klar, mein Fokus ist halt ganz klar die Eintracht. Und die spielt aber nun mal teilweise in der Euroleague. Ich würde mir wünschen, dass sie irgendwann auch mal in der Champions League spielen würde. Die spielen im DFB-Pokal. Also brauchst du halt schon so diesen ganzen Blumenstrauß irgendwo, damit du alle deine Eintracht-Spiele gucken kannst. Dann kommen noch andere Sportarten dazu. Bei euch ist es Wrestling. Läuft teilweise auf der Zone. Bei mir ist es Eishockey. Da brauch ich noch mein Spray-TV-Abon mit dazu. Das ist ja alles, also das ist uferlos, was ich an Entertainment-Kosten im Monat hab. Ja, deswegen wäre es ja auch besser, wenn man sich das einfach besser selektieren könnte. Das ist ja genau das. Weil dann würdest du vielleicht einen faireren Preis kriegen. Weil am Ende subventioniere ich dann. Ich meine, mich kannst du nicht da mitzählen. Weil ich will auch kompletter Zone haben. Ich würde Bundesliga auch nicht raustrennen wollen. Aber theoretisch gesehen ist es halt unfair für Leute, die der Zone nur abonniert hatten, haben gedacht, ach guck hier, Freitag-Sonntagsspiele, mein Gott, da zahle ich halt mal 10, 15 Euro. So, die müssen jetzt einfach das Doppelte bezahlen und die haben keinen Mehrwert. Weil die wollen das vielleicht nicht, aber die müssen jetzt. Das heißt, der Zone zwingt dich quasi den ganzen Kram mitzunehmen. Und da ist selbst Sky, ich verachte Sky bis aufs Allerletzte. Aber selbst die bieten mir dann wenigstens die Möglichkeit zu sagen, okay, du musst jetzt nicht, wenn du Bundesliga gucken willst, auch noch Champions League, auch noch DFB-Pokal, auch noch Premier League, auch noch dies und das nehmen, sondern da kannst du es wenigstens trennen. Das ist schon so, dass ich glaube, der Zone muss das dann auch langfristig gesehen machen. Und dann machen die das, strukturieren alles um und dann wissen alle, was passiert, dann werden die Rechte neu vergeben und dann ist eh wieder alles anders. Erinnert euch dran. Erinnert sich noch jemand an den Eurosportplayer? Ja, ich nicht. Doch, doch. Aber der war ja, also der war ja, der war ja, der war ja die Ausgeburt der Hölle. Trotzdem musstest du dir den holen und Freitagsspiel jetzt schon. Das ist gut. Und Montagspiel. Aber das ist ja das Schlimme, wir machen es doch alle. Ja. Nein, das ist ja das Beste, wenn ihr jetzt mal irgendwie sagen würdet. Ich hatte den auch nicht. Ich frag mich gerade, wie habe ich das geguckt? Wie habe ich Sachen geguckt? Also ich hatte den nicht. Ich hatte auch keinen Eurosportplayer. Aber war das nicht, diese Phase meines Lebens, das ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, was ich damals gemacht habe. Oh ja, das TM3. Oder du meinst ein Eurosportplayer? Jetzt mal ganz im Ernst. Erinnert euch, ich hatte damals ein Abo bei Premiere, dann ist es plötzlich zu Arena gegangen. So, da musste ich mir Arena holen. Dann rufe ich bei Premiere und sage, hier Leute, ich muss jetzt Arena bezahlen, ich will jetzt hier nicht das Doppelt bezahlen. Ja, aber Herr Retter, haben Sie doch hier den Discovery Channel. Das ist mir doch egal. Dann habe ich bei Arena auch. Dann sage ich, jetzt habe ich es in zwei Mal. Dann habe ich einfach zu verarschen, Alter. Dann habe ich tatsächlich mit dem Anwalt darum gemacht, dass ich tatsächlich lange, lange nicht mehr zu Sky auch durfte. Aber seit der Namensendung ist wieder alles gut. Das ging tatsächlich, nein, es ging tatsächlich erst dann damals, als ich hier in meine Wohnung gezogen bin, weil dann hatte ich eine andere Adresse. Ich glaube, mein Name mit meiner alten Adresse ist tatsächlich bei Sky immer noch auf irgendeiner Blacklist, weil ich da riesen Herz gemacht habe. Aber es ist doch so, guck mal, wenn ich jetzt sage, ich lasse mich drauf ein, ich zahle das Abo, ich zahle Sky, so. Ja. Dann habe ich das alles, zahle hier ein paar und 50 Euro, beziehungsweise, wenn Sky mich, also wenn Sky einen offiziellen Preis will, hat er noch ein bisschen mehr, aber wir wissen glaube ich alle, dass du, wenn du willst, kriegst du Sky, Champions League und Bundesliga für 20 Euro, so. Dann habe ich das. Ja, aber da musst du halt auch wieder hinterher sein. Ja, genau. Auch wieder so ein Arsch, der vergisst diese Scheiße zu kündigen und zahlt 80 Euro auf einmal dafür. Gut, aber das ist deine Spiele. Da waren wir alle schon an der Stelle. Mann ey. Ja, das sind doch auch alles Halsabschneider. Ich habe tatsächlich vor dieser Sendung hier mit Sky telefoniert, weil folgendes Szenario, ich hatte es bei 93 mal beschrieben, die haben mich. Die haben mich tatsächlich. Im September, Oktober rufen die mich an. Sagen, hallo, 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 Skype, hallo. Ich sag, wie bitte? Alle reden mal deutlich. Haben die zu mir gesagt, ihre Preisbindung und dieser günstige, subventionierte Preis von 20 Euro, der läuft im Oktober ab. Wollen sie jetzt für nur 10 Euro mehr im Monat, das für 24 Monate garantiert haben? Ich habe gesagt, wie, das läuft ab. Ich habe gedacht, das dauert so und so lange. Er sagt, nee, es läuft ab, ich sehe es hier. Da war ich latent skeptisch. Ich habe gedacht, gut, rufen Sie mich bitte morgen nochmal an. Ich bin gerade unterwegs. Dann gehe ich nach Hause, gehe in mein Sky-Dings, das Account-Ding rein, schaue mir das an. Dann steht da, dass mal den Preis, die 20 Euro im Monat, dass es noch bis 31.3. gültig ist. Hat der mich einfach am Telefon verarscht, weil er mir einfach irgendeine Scheiße aufschwatzen wollte und das mit 10 Euro im Monat mehr zahle. Ich habe jetzt gewartet und jetzt muss ich halt jetzt aktiv werden. Ich rufe heute da an. Sagt es dem, ja, schönen guten Tag, bla bla bla. Sagt er so, ja, nee, also den Preis, den Sie jetzt haben, Herr Roth, den kriege ich Sie so nie wieder. Nicht so, ja, deswegen will ich ihn ja auch behalten. Ja, das können wir aber nicht machen. Sag ich so, was haben Sie gerade gesagt? Sagt er so, also wenn ich Sie wäre, würde ich nicht kündigen, weil den Preis, den Sie jetzt haben, kriegen Sie so nie wieder. Dann habe ich aber gesagt, wenn ich jetzt nicht kündige, dann verlängert Sie ja meinen Vertrag und kriegt den Preis ja sowieso nicht nochmal, weil Sie erhöht sich ja dann. Ja. Ja. Ja, wie ja. Und dann sage ich, was mache ich denn jetzt? Also ich kann jetzt Ihren Vertrag zum 31.3. rausnehmen, dann haben Sie ab 1.4. müssen Sie halt gucken, was für ein Angebot Sie kriegen, das wird aber safe nicht besser sein, als das, was Sie jetzt haben. Und ich sage, ja, das weiß ich ja, deswegen will ich es ja haben. Sagt er, das weiß ich nicht. Stand jetzt habe ich Sky einfach gekündigt und genau was du sagst, Alex, was jetzt anfängt, ist wieder dieses, ruf mich ständig an und fang dann an und sagen, ein Monat vor Ablauf, ja, wir können Ihnen das für 30 Euro geben. Zwei Wochen vor Ablauf, wir können Ihnen das für 25 Euro geben. Dann lassen Sie sich drei Tage ablaufen, schicken die einen Brief, wo die deine Smartcard und so haben wollen und schicken den Receiver bitte zurück. Eine Woche kein Sky, dann rufen Sie nicht an und sagen, naja, komm, hier kriegst du für 20 Euro. Und ich denke mir so, Leute, Leute, lass mich doch in Ruhe. Ihr wisst doch, worauf das hinausläuft. Sag mir doch am Telefon einfach, okay, Basti, wir haben keinen Bock drauf, du hast keinen Bock drauf. Guck einfach zwei Jahre weiter für 20 Euro und lass uns in Ruhe. Vor allen Dingen das Ding ist, du hast es ja eben schon gesagt, also du guckst den Scheiß schon genauso lange wie ich. Das hieß alles noch Premiere, seit ich diese Scheiß-Abos bei denen habe. Die F1. Das sind locker 20 Jahre und seit 20 Jahren machen wir dieses fucking Spiel mit Kündigen und Warten und ewig hin und her telefonieren. Das kostet die Ressourcen, mich kostet es Nerven, mich kostet es auch ab und zu mal dann im Jahr für 80 Euro im Monat, weil ich Trottel mal wieder vergessen habe, es zu kündigen, aber daran hat Sky Bay bestimmt nicht verdient. Also ja, das ist einfach nur anstrengend von allen Seiten. Ja, aber ich glaube irgendwie, sorry, wenn ich ganz kurz einhacke, ich glaube, es gibt halt diese perfekte Welt, wird es leider nie geben. Also ich habe, also das Einzige, was ich mir theoretisch irgendwie vorstellen kann, ist aus irgendeiner, ich weiß noch nicht genau wann, ich kann mir schon vorstellen, dass es das irgendwann gibt, dass du so irgendwann ein Eintracht-Abo hast. Aber ich weiß noch nicht, ich habe keine Ahnung, wie das laufen soll, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann so weit kommt, weil es vielleicht schon Leute gibt, die sagen, dass sie dann nur noch ihren Verein schauen wollen, der andere Rest interessiert sie nicht. Das kann ich mir vorstellen, ist aber echt schwierig machbar, wenn du die Rechte halt so Ligen-mäßig, portionsweise, beziehungsweise dann noch Spieltag-mäßig oder Tag-mäßig vergibst. Ich kann mir vorstellen, dass es dazu kommt, das würde ich sogar interessant finden, also da würde ich dann auch nochmal einen 30er oder so, auch vielleicht einen 30er springen lassen, wenn ich weiß, okay, ich kann es dann immer gucken, weil es gibt ja dann doch auch so Auswärtsspiele, zu denen kann ich nicht fahren und dann lohnt sich das vielleicht schon oder so, zumindest 20 Euro. Aber alles andere ist die Bundesliga generell halt für mich kein Produkt, was einen großartigen, appealingen Faktor hat, außer wenn man uns sich halt angucken muss, sag ich mal, ja, aus beruflicher Hinsicht, aber da gibt es halt nicht mehr richtig viele geile Sachen, aber dadurch, dass es halt diesen Mix gibt und dass der eine halt auch drei Sachen da guckt, sehr viele Leute gucken mittlerweile auch NFL, die ist ja auch vertreten bei The Zone, dann würde ich trotzdem nur noch sagen, so ein Konzept lohnt sich ja wahrscheinlich schon auch wie bei The Zone. Ja, aber du hast gerade eben so ein anderes fast so ganz leicht aufgemacht. Auf der einen Seite wäre für mich diese Nur-Eintracht-Option mega interessant. Da wäre ich wahrscheinlich in Summe sogar bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn ich so ein Pay-Per-View-Modell hätte oder wenn ich sagen könnte. Ist das Sky-Ticket? Geht das in die Richtung? Ich habe Sky-Ticket tatsächlich noch nie genutzt. Nee, das geht über ganze Spieltage. Ah, okay. So, und, aber wenn ich sagen könnte, keine Ahnung, ich buche mir alle Eintracht-Spiele und das kostet mich vielleicht in Summe dann einmalig deutlich mehr, wie mich diese Abos kosten, aber dann hänge ich halt auch nicht in diesem Abo-Thema drin. Das wird mir persönlich, bin ich bereit, ein Zehner mehr für zu bezahlen, aber ich habe kein langfristiges Abo an der Backe, was ich wieder kündigen muss und dann sind wir wieder hier in der Diskussion von eben drin. Am Ende ist es gut bei allem, du musst halt immer warten, wie in Amerika, wir müssen jetzt wahrscheinlich noch zehn Jahre warten, bis sie diesmal hinkriegen, das wie bei NFL Game Pass zu machen. Ja, aber das tut uns ja auch nicht gut, weil dann wird ja auch das ganze TV-Geld wieder anders verteilt und im Moment könnte die Eintracht sich vielleicht noch damit ganz gut stellen, aber wenn wir uns mal, keine Ahnung, wir müssen gar nicht lang zurückgehen, wenn wir uns mal acht Jahre zurück entsinnen, wer hätte denn dafür die Eintracht bezahlt? Und dann ist es halt echt... Ehrlich gesagt, das ist das, was die Eintracht retten wird, Leute. Dieses Bezahlmodell, wenn es nach Verursacher geht, dann ist das, was die Eintracht rettet, selbst wenn die Eintracht vierzehnter ist. Im Moment, ja. Wenn die Eintracht in der zweiten Liga ist, werden noch... Ja, aber da hast du es doch schon mit Tickets gesehen. Was? Da hast du es doch mit Tickets gesehen, da war doch das Stadion schon nicht mehr ausverkauft, da waren vielleicht, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Leute da. Das war die einzige Chance, wie ich damals wieder an eine Dauerkarte gekommen bin. Wenn die Eintracht in der zweiten Liga ist, verkauft die Eintracht mehr Dazone-Abos für den Eintracht-Season-Pass als Red Bull-Leipzig auf dem Champions League-Platz. Glaube ich auch. hundertprozentig. Und wenn, dann kannst du daran, kannst du nämlich messen und stell dir mal vor, das wird irgendwann der Verteilerschlüssel, dann ist die Eintracht plötzlich ein Top-4-Verein. Weil die Leute, quasi dann, also die Leute, die es kaufen, guck mal, sagen wir mal, ich kaufe die Bundesliga-Rechte. Was will ich denn eigentlich? Ich will Leute, ich will Aufmerksamkeit, damit ich das Produkt, was ich mir gekauft habe, Werbekunden präsentieren kann und sagen kann, guck mal hier, wenn du da wirbst, erreichst du so und so viele Leute. Ganz normale Werbung. So, wenn ich jetzt aber die Bundesliga mir kaufe, was habe ich dann? Ich kriege einen ganzen Sack voller fauler Äpfel, weil ich muss dann plötzlich auch Hoffenheim gegen Wolfsburg zeigen und das schaut sich niemand an. Trotzdem muss ich das meinen Werbepartnern anbieten und in einem Gesamtpaket verstecken, damit der nicht merkt, dass sich Wolfsburg gegen Hoffenheim keinen Mensch anschaut. Das schauen 5000 Leute, gemessen. 5000 Leute schauen dieses Spiel. Da schauen jedes Testspiel vom FC Köln. Hat sechsmal so viele Zuschauer wie das. Und wenn irgendwann ein Modell da ist, wo du halt hart am Geld merkst, warum die Leute sich Rechte für irgendwelche Spiele kaufen, dann ist die Eintracht aber ganz vorne dabei. Weil niemand, ganz ehrlich, jetzt mal wirklich, wie viele Season-Pässe wird Hoffenheim verkaufen? 700. Die Eintracht verkauft wahrscheinlich 150.000. Und wenn du das irgendwann, wenn das irgendwann der Verteilerschlüssel ist bei den Fernsehgeldern, ehrlich gesagt, sofort, das würde ich jetzt hier live unterschreiben. Ja, das glaube ich auch. Ich gehe ganz fest davon aus und man darf das nicht unterschätzen. Viele können nicht ins Stadion. Wir haben eigentlich eine sehr gute Auslassung, das wissen wir. Wir haben Dauerkart. Wir haben auch die Tatsache, dass wir sehr viele Fan-Mitglieder des Vereins haben. Und ich glaube, es gibt einfach wirklich einen krassen Stamm von Fans hier und auch gerade deswegen, um auch zu sagen, die sind auch Teil des Ganzen, dementsprechend unterstützen wir. Und diese Macht, die die Eintracht dahingehend hat, daran glaube ich. Und das brauche ich ja nicht glauben, sondern das ist sogar auch belegbar. Das sehen wir immer, wenn es mittelmäßige Spieltage gibt und die Eintracht dann in der Einzeloption, dann sehen wir das. Das ist ein deutlichen Ausschlag. Und das hat halt Hoffenheim nicht, das hat bei allem Respekt den Wolfsburgern gegenüber. Ich reiche euch gleich das Taschduch. Grofeld, grüße. Aber sie haben es nicht. Es ist leider so. Sie haben es leider nicht. Es ist... Ganz im Ernst jetzt mal, die Eintracht, wenn wir sagen, wenn ich jetzt mal hier sage, Aufmerksamkeit ist die Währung, dann subventionieren Vereine wie Frankfurt, Köln und Dortmund subventionieren diese Vereine wie Leipzig, Wolfsburg und Hoffenheim. Weil wenn die untereinander wären, hätten die keinerlei Aufmerksamkeit. Leipzig. Ich glaube, Leipzig würde ich da komplett rausnehmen. Leipzig braucht die Eintracht mehr als die Eintracht Leipzig. Also, so wenig ich Leipzig mag, aber das ist eine gewagte These. Was die an Aufmerksamkeit in den letzten Jahren aufgeholt haben, Wo spiegelt die sich denn wieder? Ja, guck dir doch einfach nur mal, guck dir doch einfach nur mal so Sachen wie Followerzahlen und so an. Da ist Leipzig ganz vorne mit dabei. Klar haben die keine Mitglieder in ihrem 30-Mitglieder-Konsortium, aber denen ihre Spiele sind auch ausverkauft, egal wer da hinkommt. Die sind sogar ausverkauft, wenn Augsburg kommt. Das kann da einfach überhaupt nicht werden. Das stimmt halt nicht. Nee, das stimmt nicht. Leipzig gegen Augsburg spielt sind da 28.000 Leute. Es ist jetzt halt auch, dass wir ausverkaufte Häuser hatten, das ist jetzt eh ein paar Jahre her. Von mir aus trennt Leipzig raus, trotzdem. Hoffenheim, Wolfsburg. Ich bleib dabei. Für mich ist Leipzig dabei, wenn die drei untereinander in der Liga spielen würden, dann würde sich das niemand anschauen. Wenn Köln, Dortmund und Frankfurt in der Liga spielen würden, dann würden sich das ganz, ganz, ganz viele Leute anschauen. Und das ist immer noch so. Das ist das Paradoxe. Uns wurde ja immer erzählt, Hoffenheim, ihr habt keine Tradition, jetzt warten wir mal 20 Jahre. So habe ich jetzt gewartet 20 Jahre. Und was ist jetzt? Achso, interessiert sich immer noch keiner für. Wolfsburg wollte dieselbe Geschichte erzählen, aber wir sind doch Meister geworden und dann sind wir Pokalsieger geworden. Das wird schon. Nichts passiert. Leipzig wollte das auch erzählen. Bla, bla, bla. Spiele schauen trotzdem nicht unfassbar viele Leute. So. Das ist nicht passiert. Du kannst die Leute auch nicht zwingen, wie das in den Medien probiert wird, Leipzig zu mögen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht teilweise bei jungen Leuten, aber die haben da nochmal ganz andere Aufmerksamkeiten. Die ist auch schneller wieder weg als sonst irgendwas. Ich bleibe dabei, wenn es nach dem Verursacherprinzip der Aufmerksamkeit in der Bundesliga geben würde, würde die Eintracht einer der Top-Vereine sein, was Fernsehgeller betrifft. Weil die Leute schauen, wenn Eintracht gegen Hoffenheim spielt, dann schauen die Leute das wegen der Eintracht und nicht wegen Hoffenheim. Und trotzdem kassiert Hoffenheim genau das gleiche Geld. Und das ist unfair einfach, weil nochmal, die Eintracht braucht Hoffenheim nicht, um ein interessantes Spiel zu haben. Hoffenheim braucht aber Vereine wie die Eintracht, um ein interessantes Spiel zu haben. Die sind nur deswegen da, weil das interessant war. Deswegen sind die da hingekommen und haben gesagt, ach so geil hier, was geht denn hier ab? Sehr, sehr, sehr spannend. Die Eintracht hat nicht gesagt, boah, Hoffenheim, komm bitte her, mich schaut keiner mehr an. Das ist einfach so. Das bleibt auch so. Und ich hoffe sehr, dass durch die Veränderung der Medienlandschaft, die stattfinden wird, Marvin hat es gesagt, das wird immer sich ändern und das wird immer mehr technologisiert und das wird immer mehr ins Internet abwandern und auch immer mehr zu Social Media und die Sehgewohnheiten werden anders und bla bla bla. Am Ende geht es um diese harte Währung und Aufmerksamkeit und ich bleibe dabei, da braucht die Eintracht sich nicht verstecken. Meiner Meinung nach, und das ist vielleicht wirklich ein bisschen gewagt, ich habe dazu auch keine Erhebungen, die ich öffentlich machen darf. Trotzdem, die Eintracht, Das klingt jetzt aber geil. Nein, die Eintracht ist in der Zielgruppe 14- bis 18-Jährige. Ist die Eintracht auch von der Beliebtheitsskala auf Platz 3 hinter Dortmund und Bayern. Weil das halt diese Generation ist, die wahrscheinlich so die letzten Jahre mit in den Fußballern, weil die Eintracht spannend, bla 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 bla. Die Eintracht macht, was das betrifft, unfassbar gute Arbeit und die Eintracht müsste sich, was sowas betrifft, niemals verstecken, wenn die Bundesliga morgen sagen würde, wir verteilen das Fernsehgeld nach dem Verursacherprinzip und warum, wenn die Leute wegen XY einschalten, der kriegt den und den Anteil von dem Geld, dann würde die Eintracht wahrscheinlich das viert, fünft meiste Geld in der Bundesliga kriegen. Mehr wollte ich, glaube ich, mit diesen unfassbar komplizierten Ausführungen auch gar nicht sagen. Ich finde es spannend, bleibt dabei, und ich habe mir eben mal kurz nachgeguckt, wie es beim Rasenball, so geil, dass wir das mittlerweile alles stillschweigend akzeptieren, sorry, tut mir leid, aber das sind alles Idiotien, mit denen der Fußball jetzt gewachsen ist. Rasenballsport. Hat irgendjemand auf dieser Welt vor zehn Jahren mal Rasenball gesagt? Ich glaube nicht. Aber gut, hey, das ist kein Problem, man war alles akzeptiert, stillschweigend. Ja, und Rasenballsport ist mittlerweile bei 2018, 19, das war ja so die letzte Liga, die man mitzählen kann, bei einem Schnitt von 38.000. Die Eintracht hatte übrigens 49.000 gehabt. Also nur mal als Beispiel, bei einem größeren Stadion, ich glaube, du bist ein größeres Stadion, in Leipzig müsste ich jetzt noch mal gucken, aber nee, 47.000 ist maximal. Also ein bisschen kleiner. Aber, also die Auslastung nicht 100 Prozent und da gibt es noch andere Vereine Augsburg wie bei 27.000, in der komplett aus dem 28.000. Also wir merken, das ist jetzt nur, wenn das Stadion voll ist, aber bezüglich Sky müsste man ja noch mal andere Daten erheben. Aber es ist ein viel diskutiertes Thema, finde ich auf jeden Fall. Trotzdem gut, dass wir das noch mal ja ein bisschen auftröseln, weil ich glaube, Patricia, emotional geht es dir ja genauso. Also ich glaube, du hättest ja auch eher keinen Bock, dir solche Spiele anzugucken. Ja, ich finde es gut, dass ihr das jetzt so noch mal genauer ausdiskutiert habt. Ich kann halt zustimmen. Das sind halt auch einige dieser Themen, die mich aktuell auch noch so im Zusammenhang mit Corona so ein bisschen da rausziehen. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich mir tatsächlich mal einen kompletten Bundesligaspieltag reingezogen. Auch da gab es schon Partien, wo ich mir gedacht habe, oh nee, eigentlich gar keinen Bock drauf. Hast du dir trotzdem angeguckt und aktuell ist es für mich ehrlich gesagt undenkbar. Also ich schaffe das nicht, mir einen ganzen Bundesligaspieltag reinzuziehen mit jedem Kackspiel, was läuft. Ich bin froh, wenn ich die Eintracht geschaut habe und dann irgendwie meine Ruhe habe, weil ich das, ja weiß nicht, momentan, ja kommen halt immer wieder Dinge dazu, die mich so dermaßen nerven am Fußball, dass ich einfach froh bin, wenn ich mal nicht irgendwie drüber nachdenken muss oder es schauen muss und so weiter und so fort. Das hat gar nichts mit der Sportart an sich zu tun. Das hat aber mit allem drumherum zu tun und ja, weil man das jetzt auch ja schon Jahre mit sich hinschleppt. Also wie Marvin gesagt hat, man akzeptiert so vieles stillschweigend oder zumindest mittelstillschweigend. Man mosert ja doch immer rum, aber letztendlich ne, große Revolution gab es nicht. Von daher, das schleppt man jetzt schon so Jahre mit sich rum und aktuell ist mir die Energie ausgegangen, mich da weiter drüber aufzuregen. Deswegen distanziere ich mich dann immer mehr davon und denke mir, okay, ich schaue die Eintracht, ich schaue vielleicht ab und zu mal in ein anderes Spiel rein oder mal in die Konferenz rein, wenn ich Lust habe. Ansonsten mache ich mir ein anderes schönes Wochenende. Ich gehe raus, spazieren, keine Ahnung. Ich schaue mir andere Sportarten an und das ist vollkommen okay. Aktuell für mich in diesem, ja, Konzept und deswegen ist es halt auch schwierig, um nochmal auf die Preise zurückzukommen. Wie willst du das vermarkten? Also ich finde, die Bundesliga wird immer unattraktiver, auch für so neutrale Zuschauer. Ich sage mal, es gibt Spiele wie Dortmund, Schalke, hast du aktuell nicht mehr. Jetzt musst du in die zweite Bundesliga gehen, die dann schon wieder woanders läuft. Du hast auch keinen, weiß ich nicht, HSV Bremen, wo man dann vielleicht sagt, okay, das sind so Spiele, die haben mich auch als neutralen Zuschauer mal angefixt und haben mir gedacht, ja, das ziehe ich mir rein. Und von daher finde ich das, glaube ich, auch schwierig zu sagen, hey, wir heben die Preise an, was wahrscheinlich das gute Recht ist eines Unternehmens und ich weiß, Rechte sind teuer und so weiter und so fort. ist aber schwer zu verkaufen. Also es ist schwer zu vermarkten, zu sagen, hey, ihr bekommt eigentlich nichts Neues, es ist weiterhin diese Bundesliga, die eigentlich immer langweiliger, immer unattraktiver wird. Ihr seid langsam entnervt von, weiß ich nicht, 30 Prozent der Vereine mindestens, die da drin sind. Aber ihr zahlt jetzt einfach mal den doppelten Preis plus unsere anderen Sachen, die euch vielleicht gar nicht interessieren. Und ich glaube, da ist so der Punkt. Also ja, ich finde auch diesen Sprung halt einfach krass und deswegen ist es, finde ich auch schwer für DAZN, das seiner Kundschaft so zu erklären, weil es ging ja schon mal von 10 auf 15 Euro hoch. Da haben alle noch gesagt, hey, alles klar für den Content, den ihr bringt, wie Alex schon gesagt hat, das ist gute Berichterstattung, da freuen wir uns drüber, das ist was anderes als Sky. Let's go, nehmt die 5 Euro, das ist vollkommen in Ordnung. Aber dann den Preis zu verdoppeln von 15 auf 30, da musst du irgendwie auch Argumente für haben und die hast du halt mit dem Zugpferd Bundesliga, den das ja einige nehmen. Also es ist natürlich in Deutschland immer noch die Nummer 1 Sportart Fußball und das ist das, was alle schauen wollen und sollen. Mit dem Produkt, das da aktuell am Start ist, finde ich es schwer, irgendwie das zu vermarkten, dass es halt jetzt eben einfach mal so doppelt so viel kostet. Ich glaube, wenn das wieder ein Sprung von 5 Euro gewesen wäre, würden wir nicht so krass drüber diskutieren. Finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Du würdest weniger diskutieren, da bin ich ganz sicher. Man muss auch sagen, dass ja auch The Zone, wenn wir jetzt mal ganz kurz bei The Zone auch wirklich bleiben, natürlich sehr viele Zusatzformate mittlerweile auch anbietet. Also wie beispielsweise das Decoded-Format. Da stelle ich mir auch manchmal die Frage, machst du Decoded-Eintracht? Manchmal, 5 Minuten, ist der ganze Kiste vorbei. Okay, Kostetsch ist da eine Stimme. Nein, okay, na gut, alles klar, weitermachen. Nein, Spaß. Aber es kommt immer auf dem Spieltag drauf an. Aber es ist natürlich so, du hast natürlich auch die beispielsweise, du hast Darts eingekauft. Die wuchtigen Männer, die jetzt aussehen wie wir hier aus dem Podcast, könnten auch mal Darts werfen. Das ist geil. Das macht riesen Spaß. Ich bin großer Fan. Ich gucke das auch nur noch darüber tatsächlich. Wir haben es eben schon angesprochen. Es gibt halt auch Wrestling. Das macht es mittlerweile bei der WWE relativ wenig Spaß. Außer man ist immer so ristisch veranlagt, dann kann es wieder anders sein. UFC ist natürlich ein ganz, ganz großer Triebfaktor auch für mich dann da entsprechend. Ja, und du hast dann noch so sagen, kannst auch darüber dann in den Afrika Cup und so weiter gucken. Also da ist einfach viel da. Und im Endeffekt, du hast richtig gesagt, Patricia, am Ende ist es ja nur die Art und Weise, wie erhöht wird. Weil von 15 auf 30 ist halt schon, Alter, was wollt ihr mir jetzt verkaufen? Wenn du dann sagst, du machst diese kleinen Sprünge und siehst dabei beispielsweise noch diese aufwändigen Produktionen, wo letztens war ja diese Hertha, diese Hertha-Produktion, ich habe sie noch nicht gesehen. Ah, die fand ich auch tatsächlich mal nicht gut. Ah, okay, okay, interessant. Ich habe sie gesehen, von der war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil die fand ich sehr dünn. Okay. Also da habe ich mich echt drauf gefreut, weil die auch so ein bisschen den Anklang so nach Ghetto und so hatte. Die hatten viele Interviews zusammengeschnitten, aber ja, also ist jetzt keine absolute Zeitverschwendung, aber ja, nach dem Teaser, also ich war mehr angeteasert, als es nachher, als es nachher rübergekommen ist. Ja, aber sind wir da nicht dann eigentlich schon auch so ein bisschen in dieser Problematik da drin? Du zahlst unwahrscheinlich viel Geld als Anbieter, der irgendwie Sport übertragen will, erst mal für die Lizenzen. Für ein Produkt, was vielleicht gar nicht so geil ist, wie der Preis, den du am Ende des Tages dafür bezahlst, wenn wir mal auf die Bundesliga gucken. Dann hast du andere Sportarten da drin, dann musst du auch die Lizenzen tragen, da sind aber die Leute, die du damit nur mit dieser Sportart erreichst, bedeutend weniger, als du vielleicht beim Fußball hast. Dann musst du noch Zusatzcontent produzieren, um die Leute auch zwischen den Spieltagen irgendwie auf deine Plattform zu kriegen, damit du vielleicht auch wieder Werbung da irgendwie vermarkten kannst oder sie es irgendwem erzählen, dass du auch wieder diese Abonnenten da reinkriegst. Ja gut, aber das ist nur mit denen ihr Businessmodell. Ja natürlich, aber dann hast du auch zusätzlich noch dieses Thema Corona und du hast auf einmal Geisterspiele und die Leute finden auf einmal Fußball im Fernsehen gucken gar nicht mehr so geil, weil sie halt eigentlich auch eher so klassisch vielleicht jetzt nicht Hardcore-Fan sind, sondern eher so, ja ich lass mich da mal entertainen und du hast keine geilen Spiele und du hast keine Stimmung und dann kündigen die ihr Abo. Vielleicht wird ja auch umgekehrt ein Schuh draus, also keine Ahnung, seit ich nicht mehr ins Stadion gehen kann, gucke ich eigentlich mehr Fußball. Verstehe ich, finde ich ganz spannend, aber ich glaube, das Problem ist, ja ich kann, das ist ein sehr guter Aspekt, Alex, aber ich glaube, ja du würdest mehr Fußball gucken, aber ehrlich gesagt, die Rahmenbedingungen aktuell, also gerade jetzt dieses Produkt, die letzten Wochen, glaube ich, geben ultimativ wenig, weil du jetzt auch, du hast doch, also jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja alles Menschen und man kann viel nachvollziehen, aber wenn ich dann einfach nach Großbritannien gucke und da sehe ich ein voller Stadion und da gibt es halt einfach Emotionen, da gibt es halt nochmal eine ganz andere Emotionalität und dann sehe ich so drei Juckelmänner, die irgendwie, sei es in Mainz oder in Augsburg auf irgendwelchen Tüten rumballern, also ernsthaft, ist das jetzt das, was ich denke, oh das ist aber Hochklassefußball, da kann mir Lotta Matthäus noch so viel erzählen, da kann mir der Eric Mayer mit seiner Taktikwand noch fünf Stunden erklären, was abseits ist oder was nicht ist, ich hoffe nicht, dass er das erklärt, ich schalte nämlich immer erst zum Spiel selbst ein, aber das ist doch alles scheißegal, weil das Produkt an sich auch von den Rahmenbedingungen gerade so wenig gibt, dass ich nicht sagen kann, dafür würde ich mehr Geld bezahlen, ich glaube in der optimalen Welt vielleicht anders, aber gerade jetzt würde ich eher Nein sagen. Also ich gebe dir zu 100% recht mit allem, was du sagst, aber das Ding ist, ich bin da nicht abgefuckt genug von diesem Produkt, auch wenn ich mich jedes Wochenende, wenn ich mir die Spieltage so angucke und mich frage, keine Ahnung, welches Spiel interessiert mich hier und ganz oft zu dem Schluss kommt mir auch eigentlich keins, außer das, was gerade mit der Eintracht passiert, aber ich bin da nicht abgefuckt genug, um auch nur ein einziges Abo irgendwo zu kündigen. Ja, aber ich glaube, du kannst auch nicht uns, die seit bald zwölf Jahren wöchentlich über die Eintracht reden mit den, einem Großteil der Abonnenten da draußen, die halt bisher dieses Produkt sich angeschafft haben, um halt am Wochenende Fußball zu gucken, vergleichen. Naja, aber den hier Preis bleibt ja. So, und du kannst ja irgendwie so ein bisschen davon ausgehen, keine Ahnung, der Sauen hat den Bundesliga-Kram jetzt seit was, keine Ahnung, drei Jahren. So, alle, die ein übermäßiges Interesse an der Bundesliga haben, die haben das schon. So, die Leute, denen die 15 Euro bislang zu teuer waren, die kriegen sie mit ihren 30 Euro erst recht nicht. Ja, ich glaube, aber ganz viele von denen... die neu dazukommen, die sich für die Bundesliga interessieren, ja, die kennen es vielleicht gar nicht anders, ne? Also, ich glaube gar nicht, dass der Sauen das so krass merkt. Die merken das gerade, dass über sie diskutiert wird. Ich glaube schon, dass die das merken, weil doch für viele dieser Sprung zu groß ist und das Produkt, für das sie ursprünglich mal dieses Abo abgeschlossen haben, nicht lukrativ genug ist. Du hast ja keinen Sprung. Bestandskunden betrifft es ja nicht. Weißt du ja noch nicht. Ja, Stand jetzt, betrifft es den Bestandskunden nicht. Ja. Aber nächste Saison. Ab August. So, erst mal jetzt die Aussage, die im Raum steht. Ich glaube, dass... René, du hast jetzt Corona reingebracht und ich glaube, Corona darf man da auch nicht außer Acht lassen. Die werden sich jetzt, jetzt, haben die sich wahrscheinlich alle dagegen versichert, aber guck mal nach Frankreich, was da passiert ist. Ja. Da haben die TV-Anstalten zur Liga gesagt, so Leute, Geistesspiele, das guckt sich kein Schwanz an, das zahlen wir euch einfach nicht. So und dann hat die französische Liga halt das Geld nicht bekommen, weil die gesagt haben, das Produkt, was sie uns geliefert hat, mit dem, was ursprünglich gekauft war, hat gar nichts zu tun. Ist mir egal, wer was dafür kann, wir zahlen euch das Geld nicht. Dann haben die irgendwann, am Ende hat die, war die französische Liga froh, das B in Sports ist es glaube ich, das umsonst ausgestrahlt hat, damit die zumindest noch Werbegeld haben. Und das ist glaube ich ein Aspekt, den wir hier komplett ignoriert haben. Ich bin da bei Alex, ich kündige es dann auch nicht. Auch wenn ich dann die Geistesspiele nicht gucke, bin ich jetzt nicht da und denke, oh die Geistesspiele, wie schnell gucke ich, ich kündige jetzt Sky. Nee, ich zahle das auch noch. Aber Sky und The Zone haben ja mittlerweile auch Modelle, die sich auch über Werbung finanzieren. Und das bricht den glaube ich schon weg. Ich glaube, dass Sky und The Zone einfach auch diese Werbung, die sie um diese Spiele herum buchen lassen wollen, auch nicht mehr so gut loswerden. Weil ich trotzdem glaube, dass der Großteil der Leute von diesen Geistesspielen so abgefuckt ist, dass er vielleicht das Abo nicht kündigt, aber nicht mehr jedes Spiel schaut oder nicht mehr so viele Spiele schaut. Und das hast du, wie gesagt, in Frankreich hast du das Extrembeispiel gehabt, dass die gesagt haben, nee, das guckt sich keiner an. Also wir haben jetzt hier ein gerechtes Paket gekauft, wir übertragen Geistesspiele, die Leute schauen es nicht, wir können euch das jetzt nicht bezahlen, weil davon haben wir gar nichts. Also ich glaube, Corona ist da nochmal ein Sonderfall, aber nichtsdestotrotz ist das, was Alex gesagt hat, das Businessmodell hinterfragen, glaube ich, was, was die selber machen müssen. Eigentlich müssten die Anstalten zur DFL gehen und sagen, so Leute, euer Produkt ist keine 1,2 Milliarden für drei Jahre wert. Geht weg. Nein, das ist es nämlich auch nicht und das ist nämlich genau das, was der Zone gemacht hat die letzten Jahre, die haben uns das quasi vorgestreckt. So, das war niemals refinanzierbar mit 10 Euro im Monat, niemals, alles nicht, was die gemacht haben. Die haben aber gesagt, okay, wir locken die Leute, so wie alle das machen. Ich meine, wie hat Lieferando das gemacht? Wie haben die das gemacht? Kampfpreise, wie hat Uber das gemacht? Uber kam rein, die kommen mit einem günstigen Preis rein, ficken alle anderen und wenn die dann quasi da genug Mark gemacht haben, dann fangen die an zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns langsam mal überlegen, wie sich das hier rechnen könnte. Aber warum muss ich denn von allem das Opfer sein? Weil du es mit machst. Ja, eben, du könntest ja auch das nicht machen. Ich glaube, der Sohn hat hier einen Fehler gemacht. Die haben diese Preiserhöhung A, zu schnell gemacht und B, haben die die nicht mit was Positive verknüpft. Die ja nicht bekannt gegeben gesagt, so, ab August kostet das jetzt hier 30 Euro, aber ihr kriegt dafür XYZ noch dazu. Ja, stell dir vor, die sagen, wir haben die Premier League zurück oder sowas. Keiner würde was sagen. Das wäre absolut easy. 35, 40 Euro, das ist überhaupt kein Thema. Ihr hätten das damals, die haben doch die Champions League sich geholt. Ja. So, daher, warum haben die es denn da nicht gemacht? Ja. Warum haben die denn nicht gesagt, so Leute, wir haben jetzt die Champions League, sorry, aber es kostet jetzt 30 Euro. Jetzt haben die die Leute sich an die Champions League und an die Bundesliga gewöhnen lassen und allen anderen Kram, die die noch haben. Die Leute gucken, das ist so völlig geil, oh geil, 15 Euro zahl ich hier noch für die Sauen, krieg das und das und das, ist ja eigentlich richtig geil und haben völlig ignoriert, dass es wahrscheinlich nicht darstellbar ist und jetzt sollen die 30 Euro zahlen. Das ist psychologisch halt dumm. Ja, das legst du ja nicht ein. Also du denkst dir halt, ich habe das her doch auch für diesen Preis bekommen und natürlich hinterfragst du dich als Kunde nicht, oh ist das jetzt für das Unternehmen so machbar und war das überhaupt rentabel? Das macht ja nicht. Nee, natürlich nicht. Ich glaube, ihr habt euch da verrechnet, liebe Freunde. Ich zahl mal 25 Euro. Immer der Soli, immer 10 Euro Soli dazu. Datsen Soli. Ja klar, sie haben sich halt am Ende sie haben sich halt am Ende ihr Geschäftsmodell selbst kaputt gemacht, weil sie halt eigentlich unterm Strich von vornherein so günstig eingestiegen sind. Fand ich nicht, weil das ist trotzdem legitim und das funktioniert ja auch. Das haben wir ja gesagt, andere Firmen haben das auch erfolgreich gemacht. Die haben nur jetzt diese Preiserhöhung, die notwendig war, einfach nicht positiv genug verkauft und haben nicht gesagt, so Leute, wir haben jetzt Sky die komplette Champions League geklaut. Sorry, deswegen müssen wir aber 15 Euro mehr zahlen. Wir versprechen euch aber, dass wir die Qualität, die Alex angesprochen hat, beibehalten und alle Fußballfans wären zufrieden gewesen. Ich glaube, der Aufschrei wäre viel kleiner gewesen, wenn das im Zuge dieser Champions League passiert wäre. Die hätten auch direkt einen Zehner. So damals, wir haben jetzt die Champions League, sorry, kostet jetzt aber 25. Ja klar, aber jetzt irgendwie mit einem halben Jahr später hingehen und sagen so, ja, ihr kriegt nicht mehr und müsst jetzt das Doppelte zahlen, das funktioniert halt nicht. Das macht halt keiner mit. Erst recht nicht, wenn du ihnen halt vorher für den Preis angeboten hast. Und was natürlich echt interessant ist und ich glaube, Basti hat es ja auch gesagt, am Ende ist natürlich auch die Kommunikation mit der echten Drama gewesen. Das ist die Grafik, Alter. Die Grafik, die Grafik, wo sich jeder drüber lustig gemacht hat, ja. Also, wo sich jeder andere Dinge hat einfallen lassen, um irgendwie zu irgendwelchen Dingen zu verlinken. Bist du Eintracht-Podcast-Hörer? Ja. Dann bist du, nein. Bist du Thomas Doll? Ja. Ja. Solche Sachen, solche Sachen, aber man muss auch sagen, das wussten sogar die Partner nicht. Also die von The Zone, die ganzen Partner, die sind ebenfalls überrumpelt gewesen. Ich glaube, die Social-Media-Abteilung war auch überrumpelt von The Zone. Die haben mir am meisten leid getan, ehrlich gesagt. Das ist echt bitter. Die haben das ja nicht zu verantworten. Nee. Die haben das wahrscheinlich auch irgendwie morgens so mit dem üblichen Memo auf den Tisch. Übrigens, wir in einer halben Stunde geben wir bekannt, Preiserhöhung um 100%. Holt euch noch einen Kaffee. Den Leuten beibringt jetzt eure Sache. Ja. Ja. Ach, keine Ahnung. Es ist sehr, sehr komplex. Aber Alex hat es schon gesagt, für uns wird sich wahrscheinlich in dem Sinne nichts ändern, dass wir es halt trotzdem behalten. Ich behalte es auch. So, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Ja, du rauchst ja auch noch, ne? Ja, und? Das ist ja wieder was ganz anderes. Wegen meinem Vergleich. Mit den Kippen vorhin. Rede mal. Fünf Maktkosten. Ach so, ja. Ja. Ja, aber da hast du es richtig gesagt. Die haben das klug gemacht. Die haben mich nicht ein Jahr mit dem normalen Preis rauchen lassen, um mir den ein Jahr später zu verdoppeln. Stell dir mal vor, morgen kostet ein Päckchen, kippen 14 Euro plötzlich. Ja. Ist auch dumm. Hast du vergessen? Das macht der RMV ja auch nicht anders. Ach, die Einzelfahrt kostet 2,70. Ja, die kostet 2,75. Nein, die kostet 2,80. 2,90 Euro. 3 Euro. Dann bist du schon dabei. So ist ja in Ordnung. Stell dir mal vor, der RMV würde morgen sagen, ja, wir haben jetzt hier vor zwei Jahren drei neue Straßenbahnen gebaut, deswegen zahlt die jetzt für Einzelfahrt 5 Euro. Da würde ich auch erst mal denken. Wahrscheinlich nicht, wo ist mein Fahrrad, Alter? Ja. Ja. Das ist genau so wie mit dem Sprit, ne? 5 Mark der Liter. Ja, weit davon sind wir nicht entfernt. Interessante Vergleiche. Ja. Ich wollte jetzt nichts mehr dazu sagen. Ja, aber das sind alles so, keine Ahnung, das ist halt, wenn du mich nach einer Schmerzgrenze fragst, da bin ich immer ganz schnell dazu, keine Ahnung, wenn es noch ein bisschen mehr kostet, ne? Und wenn das jetzt noch mal, wenn die da noch mal, dann bin ich nicht mehr bereit, aber am Ende des Tages bin ich halt, ich bin wirklich das prädestinierte Opfer für all die ganze Scheiße. Ja, ich zahle 15 Euro für Netflix und schmeiß meine Nichten und Neffen nicht aus dem Abo raus und ich habe auch mein Spotify-Abo, also keine Ahnung, was ich, dieser ganze Kram, also das läppert sich ja nicht. Müsst du mal aufschreiben. Ja, ich weiß schon. Ja, das Schlimmer ist, wenn du mal was hast, bietet es mir an, ich nehme das schon. Es ist halt echt so, ich will immer, dass ich alle Möglichkeit habe, alles zu gucken, was es ist, auch wenn ich es am Ende nicht nutze, aber ich will die Zugänglichkeit haben zu allem und ich will wissen, wenn ich mich jetzt abends 20 Uhr auf die Couch setze, kann ich aus den Weiten des Entertainments mir irgendwas rauspicken, worauf ich Bock habe, ohne zu denken, ach scheiße, stimmt, da habe ich keinen Zugriff drauf. Ich will diesen Zugriff und dafür zahle ich, das ist halt dumm von mir und das wissen die Unternehmen auch, aber ich mache es halt auch und das machen halt ganz viele andere auch. Wahrscheinlich habt ihr es gerade damit beantwortet. Die machen, weiß warum die es machen, weil es wahrscheinlich trotzdem funktioniert. Da können wir hier so umlabern. Ja, siehst du ja, also wie unterschiedlich wir eigentlich in unserem Medienkonsum sind und trotzdem haben sie uns alle an der Angel. Und es ist ja nicht so, dass diese Zugänglichkeit mir jetzt ermöglicht, jeden Abend zufrieden hier auf der Couch zu sitzen und mich berieseln zu lassen. Nee, als ich drei Programme hatte, war ich abgefuckt, dass nichts kam, was mich interessiert und jetzt habe ich all diese Zugänglichkeit. Ich weiß trotzdem nicht, was ich gucken soll. Entweder weil ich nichts finde oder weil mich nichts interessiert. Und am Ende guckst du dann trotzdem zwei Stunden irgendwelche Bundesliga-Highlights auf YouTube. Am Ende ist es so, ich gucke erst mal eine Dreiviertelstunde, was ich überhaupt schaue und dann habe ich gar keine Zeit mehr, richtig was zu schauen. So, sitz ich auf der Couch, da liegt mein Partner schon da und träumt die erste Runde. Da gucke ich noch, was ich gucken möchte. Ja. Und dann einigst du dich, ah ja, guck, dann gucken wir halt Mainz gegen Bielefeld. Ja, das ist schlimm. Jetzt, wo wir schon die 30 Euro gezahlt haben, also meine Güte. Jetzt nehmen wir das auch noch mit. Oder, keine Ahnung, ich zahle 120 Euro für Entertainment-Scheiß und was mache ich gleich? Ich gucke die neueste Folge Dschungelcamp. Okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, ich fand es trotzdem spannend, mal diese Diskussion. Ich fand es auch spannend, dass doch auch einige geschrieben haben, dass sie jetzt diese Preiserhöhungen zum Anlass nehmen, um ihr Fußball-Entertainment-Abo zu reduzieren und Sachen zu kündigen und sich eher wieder drauf zu fokussieren, in Zukunft mehr ins Stadion zu gehen, was ich prinzipiell ja eine gute Entwicklung finde. Wenn man wieder mehr ins Stadion geht. Solltest du denen vielleicht mal schreiben, dass es nicht geht gerade nicht, dass sie da wütend sind. Du meinst, dass man da unnötig vor der Tür steht? Ich habe jetzt da Sorgekönig, kann ich hier rein? Ja, das ist schwer gerade. Ach, sie haben keine Sorgekönig? Ja, dann kommen sie mal. Jetzt habe ich doch gerade gekündigt, was soll denn das jetzt hier? Das wäre auch noch so eine lustige Verknüpfung, oder? Dass du quasi nur Dauerkarten oder Eintrittskarten kaufen kannst, wenn du auch ein Datsen- und Sky-Abo hast. Das wäre doch auch mal ein Modell. Bring die doch nicht auf Ideen, ey. Am Ende kommt das nicht. Wahrscheinlich kommt das noch. Also ich fand es auf jeden Fall mal eine spannende Diskussion. Eigentlich auch, da erinnere ich mich nix, die Idee. Eigentlich musst du es so verknüpfen, dann sind wir wieder bei dem Finanzierungsmodell, was ich vorhin gesagt habe. Den Verein müsste erlaubt sein, dass die quasi, wenn du eine Dauerkarte verkaufst, wie bei, wenn ich jetzt ein Elf-Freunde-Abo habe, kriege ich das Heft nach Hause geschickt, kann es aber auch digital lesen. Genau das Gleiche, wenn ich eine Dauerkarte habe, kann ich entweder ins Stadion gehen oder ich kann mir das im Fernsehen anschauen. Und dann kriegt die Eintracht quasi das Geld. Dann kostet die Dauerkarte halt mehr, weil da das Fernseh-Abo mit drin ist. Dann landet das Geld aber auch bei der Eintracht, wofür ich es auch ausgeben will. Weil das ist es ja, das ist ja nochmal ein weiterer Schritt bei dem Verursacherprinzip. Wir hatten ja gerade hier intern im Chat die Diskussion, Alex und ich, wenn Leipzig gegen Augsburg spielt und bla bla. Am Ende könntest du so sogar messen, warum die Leute einschalten. Weil das wissen die ja nicht. Wenn jetzt Eintracht gegen Leipzig spielt, dann weiß Sky ja nicht, wer hier einschaltet. Dann wissen die ja nicht, okay, 400.000 Eintracht-Fans, 100.000 Eintracht-Fans, sondern da steht dann 700.000 Leute. So, das in der Statistik steht dann, Leipzig hat im Schnitt 500.000 Zuschauer. So, von diesen 500.000 Zuschauern sind wahrscheinlich 450.000 vom Gegnerverein. So, wenn du das so machst, Verursacherprinzip und sagen, ich kaufe mir den Eintracht-Dauerkartenpass, damit ich es sehen kann. Ich will die Spiele nur von Eintracht sehen, weil ich die Eintracht sehen will. Und ich will nicht, dass von meinem Geld was bei Augsburg landet. So, dann kriegt die Eintracht ja noch mehr quasi die Aufmerksamkeit bezahlt, die sie selber verursacht. Das ist ja dann eigentlich nochmal eine Stufe weiter. Und ehrlich gesagt, ist das vielleicht sogar ein Modell, was, ich weiß nicht, warum die trauen sich das glaube ich nicht. Aber eigentlich verstehe ich nicht, warum Dortmund, Köln, Frankfurt und auch selbst früher Schalke, HSV und wie sie alle heißen. Und auch Bayern. Warum die nicht sagen, so Leute, wir sind hier für die Party-Fans schnottwörtlich, dann wollen wir auch das Geld haben. Und warum soll ich mit Wolfsburg solidarisch sein, was Fernsehgeld betrifft, wenn die sich in anderen Sachen überhaupt nicht solidarisch zeigen. Und ich glaube auch, dass das das lukrativere Modell ist und wo auch die Leute bereit wären. Zumindest, wenn ich mir die Rückmeldung angucke, dann waren da ganz viele dabei, die gesagt haben, okay, für ein Spiel der Eintracht zahle ich einen Zehner, aber wenn ich den ganzen Mist noch mit dabei habe, dann ist so bei 25 im Monat meine Schmerzgrenze erreicht. Ich glaube, dass du da tatsächlich mehr bereit bist, Geld zu bezahlen, weil du halt eben ja vielleicht dann auch in der Intention, dass es dem Verein zugute kommt. Das wäre für die Vereine, glaube ich, wirklich am Ende das lukrativere Modell. Zumindest für die Großen. Für die Kleinen wahrscheinlich wiederum nicht. Daran wird die Diskussion am Ende dann immer scheitern. Ja, ja. Es scheitert an vielem, aber auch ehrlich gesagt am Innovationswillen. Muss man auch noch dazu sagen. Ich will jetzt keine neue Diskussion aufmachen, aber es ist ja jetzt nicht so, als würde die Bundesliga sich gerade mit irgendwelchen geilen neuen Innovationen jetzt hier rumprügeln müssen, sondern es läuft alles weiter, auch in der Pandemiephase, auch in der Zuschauerphase, mit zweimal Sachen irgendwie getestet. Auch Sky hat irgendwie dreimal irgendwelche Schalten, irgendwelche Fanschalten gemacht, dann war es auch wieder gegessen. Und dann ist man wieder zum Üblichen gegangen. Also auch da wurde sich nicht wirklich viel bemüht. Und auch da muss man auch sagen, man könnte aus dem Produkt ja sogar zum großen Teil noch mehr rausholen. Oder wenn ich sage, gut, wir haben tolle Vereine in der zweiten Liga, dann mache ich schichtig das Samstagsprodukt halt so um, dass naja Wolfsburg gegen Augsburg halt am 13 Uhr ist, vielleicht eh keiner. Aber wenn ich dann einen Kracher wie Bremen gegen Hannover oder Hamburg oder so habe, dann packe ich den halt doch eher nach Abend hin. Das könnte dann auch wieder interessant werden. Man bekommt das fast gar keiner mit, ob das jetzt also in der zweiten Liga ist. Aber gut, anderes Thema. Aber ich glaube, wir haben es erschöpfend diskutiert und wir sehen, so richtig kommen wir nicht zusammen, aber trotzdem, das können wir schon alle sagen, wir sind auf jeden Fall, das können wir sagen, alles ziemlich Opfer. Ja, das können wir, glaube ich, unterm Strich so stehen lassen. Dann lass uns doch mal noch ein bisschen nach vorne gucken auf das nächste Kracherspiel, die Eintracht gegen Stuttgart. und das wäre unter normalen Bedingungen wirklich ein Spiel, was man sich problemlos angucken kann. Samstag 19. Das ist eines der letzten wenigen Bundesligaspiele, die die Bundesliga hat. Die die Bundesliga verdient hat, ja. Nee, also ich meine wirklich, also die Bundesliga hat nicht mehr viele Bundesligaspiele, das muss man sich klar machen. Das ist eins davon. Ja, ist richtig, wenn man sich anguckt, was sonst, also dran ist, Freitag, Hertha gegen Bochum, geht noch. Mainz gegen Hoffenheim, parallel zu Stuttgart gegen Frankfurt. Ach so. Da sind wir schon mittendrin. Sonntag, auch total begeistert, 17.30, Wolfsburg gegen Kräuterfurt. Freunde der Sonne, es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. So geil, ey. Wolfsburg gegen Kräuterfurt. Ja, Sonntag 17.30, Einzelspiele. Das ist wie wenn ich irgendeine Messe aus irgendeiner Kirche live übertragen würde, das interessiert niemand. Die läuft aber neun um neun. So freie Baptisten, freie Baptisten. Das ist hier, kennt ihr doch damals, wenn man früher betrunken nach Hause gekommen ist, konnte man das Fernsehen anmachen, dann sind so Straßenbahnen rumgefahren. Die schönsten Straßen, die schönsten Eisenbahnstrecken Deutschlands. Genau. So, das ist das. Ich fand sie aus Italien immer schön. Post aus Italien. Das ist einfach wirklich, du könntest entweder ne Kamera in die Straßenbahnlinie 12 machen, die hin und her fahren lassen 90 Minuten oder was wo gegen Fürth ausschreien. Ich wage zu behaupten, wenn du ein bisschen Werbung machst für die Straßenbahn, hat es mehr Zuschauer. Ja. Also wir können ja dann auch den Vergleich machen. Spannend wird dann auch die Woche drauf. Sonntagabend, 17.30, Hoffenheim gegen Bielefeld. Ähnliche Qualität würde ich jetzt behaupten. Und die reden über Auslandsvermarktung. Also die sollen sich erstmal wieder über die Inlandsvermarktung irgendwann Gedanken machen. Ja. Hier, ich weiß, Liverpool und so ist ganz geil, aber wisst ihr, was wir hier in Zubin haben? Hoffenheim gegen Bielefeld. Ja. Wo sind denn die Milliarden? Ja, die Woche drauf auch wieder Sonntagabend, diesmal 19.30, Hertha gegen Leipzig. Also dieser Spot scheint es denen so ein bisschen angetan zu haben, glaube ich. Also wird spannend. Aber wir wollten ja jetzt eigentlich reden über eine der letzten verbleibenden wirklichen Bundesliga-Partien, nämlich den VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt am Samstag 15.30 und wir spielen ohne Daichi Kamada und Stuttgart steht aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz mit gerade mal 18 Punkten. Ich glaube, denen steht sprichwörtlich so ein bisschen das Wasser zum Hals. Damit hast du auch schon alles über das Spiel gesagt. Bislang fehlt bei uns nur Kamada, ja. Zumindest haben sie bislang noch nichts anderes vermildet und ich hoffe, dass das so bleibt. Aber Basti hat gerade eben eingeleitet, dass wir schon quasi das Spiel beschrieben haben, in dem ich gesagt habe, Stuttgart steht auf dem vorletzten Platz mit gerade mal 18 Punkten. Das ist für dich das Indiz, dass das eher wieder so Richtung Aufbaugegner geht oder was willst du damit? Das ist mir zu offensichtlich, dass da die Eintracht nichts holt, weil das einfach jetzt ein Verein wie Stuttgart ist, der jetzt zwei Wochen sich klar machen konnte, dass bei denen wirklich Druck auf dem Kessel ist und die diesen Druck auf dem Platz übertragen werden und wir gegen Bielefeld und Augsburg gesehen haben, wie wir damit umgehen können, wenn Mannschaften eklig sind und Stuttgart, wenn die eklig sind, weil die den Abschiedkampfmodus annehmen, haben sogar noch mal bessere Qualität als Augsburg und Bielefeld. Unfassbar undankbares Spiel. Es ist ein Geisterspiel, es ist auswärts, es ist dieses von selbstzweifeln getriebene Situation, gerade mit der du in die Länderspielpause gegangen bist, weil du diese schlechten Spiele gegen Augsburg und Bielefeld hattest. Sehr, sehr undankbar. Ich hätte der Eintracht fast eher ein Spiel gewünscht, wo die Eintracht eben nicht unbedingt so Favorit ist, sondern wo die Eintracht halt mal sagen kann, okay, vielleicht haben wir wieder ein bisschen Platz, vielleicht ist da ein Gegner, der eigentlich unter Druck steht, aber hier ist genau das Gegenteil der Fall. So eigentlich ist die Eintracht der Verein, der gewinnen muss. Aber das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Glaube ich auch, dass das echt gefährlich werden kann. Dazu muss man noch sagen, dass, ich meine, das ist jetzt nicht hundertprozentig klasse, aber man muss schon sagen, dass die ja auch schon den einen oder anderen Spieler jetzt gekauft haben. Also, wenn sie jetzt verpflichtet haben, mit Thiago Thomas beispielsweise, immerhin haben sie einen Mittelstürmer geholt von Sporting. Das ist etwas, was anderen Vereinen vielleicht irgendwie nicht fehlt, ohne nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Dezenter hinweis. Andererseits ist es auch so, dass sie natürlich, also eigentlich nur ein Backup mit Marco Oliver Kempf an die Härte verkauft haben, ist aber trotzdem natürlich noch so, dass, sehen wir auch, der VfB gerade in echt keiner guten Verfassung ist. Das kann uns helfen. Die haben natürlich, die ganzen Spieler sind wieder da. also die Spieler, die wir uns ja eigentlich auch, die wir auch ganz gerne sehen würden, aber die haben alle noch nicht die Form gefunden. Vielleicht haben wir das Glück, dass sie jetzt noch nicht die Form gefunden haben und wir da noch was holen können. Aber für mich ist das auch so eine ganz enge Partie, bei der ich noch nicht weiß, in welche Richtung das geht. Weil irgendwie ist es schon krass, dass Stuttgart überhaupt als 17, der da unten steht, weil ich die so auf gar keinen Fall eingeschätzt hätte. Aber es ist natürlich auch so, natürlich ist es eng, aber wenn die wieder zu Kräften kommen, dann sieht es wieder plötzlich ganz anders aus. Ich hoffe halt, dass sie nicht gegen die Eintracht zu Kräften kommen. Ich kann das alles gerade so schlecht einschätzen. Wir sehen uns die anderen. Patricia, Alex. Ja, das nervt mich. Ja, sag du erst. Ich sehe es ganz ähnlich, weil die Eintracht echt eine Wundertüte ist. Also eigentlich lief alles so halbwegs gut. Dann kommen so ein paar Gagelvereine daher und auf einmal läuft nicht mehr so viel zusammen. Und wir haben wieder diesen Saisonanfang, wo wir, oder die Halbserie anfangen, wo wir Punkte liegen lassen, wo wir eigentlich gesagt haben, oh geil, wenn wir in der Rückrunde dann die Punkte holen, die wir in der Hinrunde haben, liegen lassen, jetzt lassen wir sie wieder liegen. Das macht mir auch Angst. Aber was mich ein bisschen aufbaut, ist, dass in Anführungszeichen nur Kamada fehlt. Hauge wieder zurückkommt, Lindström wieder da ist. das vielleicht auch hinteregger zwei Wochen Zeit hat, um ein bisschen runterzufahren, zu sich zu kommen, gut zu trainieren. Also von daher könnte auch nochmal ein anderes Gesicht jetzt nach dieser Pause wieder an das Tageslicht kommen. Ich würde es mir wünschen. Ich glaube, ich habe heute wirklich so ein bisschen leicht verträumten Blick drauf. Nee, tut doch auch mal gut. Also was mich an der ganzen Geschichte stört, ist halt, was Alex jetzt schon gesagt hat, man lässt halt wieder die Punkte liegen, wie in der Hinserie. Und nur deswegen ist man überhaupt in dieser Situation, dieses Spiel jetzt so krass auseinanderzunehmen, weil du eben selbst weißt, die Eintracht braucht auch die Punkte. Und da müsste jetzt mal ein Sieg her. Und jetzt stehst du vor so einem Spiel und denkst dir, ah nee, aber das ist auch wieder so ein Gegner, der braucht die Punkte und so weiter und so fort. Und du zerflückst das bis ins Detail und machst dir halt Sorgen, dass man eben dort wieder irgendwie Punkte liegen lässt, die man eigentlich selbst braucht. Und hätte man diese ganzen Spiele vorher positiver gestaltet, dann wäre das, glaube ich, gerade gar nicht so ein großes Thema. Und das ist das Ärgerliche, dass wir jetzt überhaupt wieder hier sitzen. Und ja, klar, man kann das jetzt nicht rückgängig machen, aber das sind halt so Punkte, die unnötig sind. Und ja, jetzt sind wir halt in der Situation und ich hoffe einfach, dass man jetzt die Wochen ganz gut genutzt hat, hier diese freie Woche mal und dass auch die Spieler jetzt bis auf Kamada, dass alle da sind, dass alle fit sind, das ist auch gut. Und dann mal schauen, letztendlich, Stuttgart steht halt nicht umsonst auf Platz 17, aber das sagen wir, haben wir auch über Augsburg gesagt, haben wir über Bielefeld gesagt. Korrekt. Aber trotzdem, immer wieder, Frankfurt hat die Qualität und muss sie eigentlich in Anführungszeichen nur abrufen. Und letztendlich ist es zuletzt daran gescheitert, dass man das ein oder andere Tor einfach nicht reingemacht hat. Und sobald das sitzt, irgendwann muss das ja wieder platzen. Irgendwann muss auch mal wieder der Ball drin sein. Und ja, dann geht das Spiel auch anders aus und dann reden wir wahrscheinlich über die Partie in der übernächsten Woche vielleicht wieder ein bisschen anders. Keine Ahnung, aber ich hoffe einfach, dass das sich positiv gestaltet, weil wir wissen ja alle, mit dem Kader, der ja bis auf Kamada fit ist, sollte es machbar sein. Muss es eigentlich machbar sein. Die Sache ist, es muss tatsächlich so sein. Weil was willst du in dieser Saison noch erreichen? Das hört sich ja blöd an. Du bist eigentlich ja gut dabei und hast ja gute Chancen, sogar mit drei Punkten schon wieder weiter oben anzugreifen. Aber dagegen kannst du dir, also da kannst du dir nicht noch so ausreißen, wie gegen Bielefeld erlauben. Bielefeld war tatsächlich schon, hat mich schon ein bisschen getriggert im Ergebnis, gar nicht in der Spielweise. Ich glaube, da habe ich schon viele positive Sachen gesehen und auch hier in dem Podcast ja auch klargestellt. Aber es ist halt schon so, du musst jetzt einfach wieder in diese Spur finden. Die hinten, die Rückrunde war bislang nicht gut. Du musst jetzt endlich wieder punkten. Und da ist es natürlich gerade gegen den VfB, ist ja nicht einer unserer Lieblingsgegner, eine schwierige Sache. Aber du musst jetzt sehen, vielleicht Kamala ist jetzt zwangsläufig draußen, könnte Holke spielen, könnte sein, kann ich mir vorstellen, ein Spiel vielleicht mal mit zwei Spitzen und ein Patienzer sogar drin, kann ich mir nicht vorstellen. Das sind so die Optionen, die es halt gibt. Oder Lammers oder so, vielleicht auch mal Rustic, keine Ahnung, vielleicht ein Rode mal ein bisschen weiter nach vorne und dafür ein Jarkic, mal wieder rein. Ich weiß nicht, es gibt verschiedene Optionen. Aber Fakt ist auch, wir müssen, müssen, müssen dieses Spiel tatsächlich gewinnen. Sonst fährt uns so ein bisschen der Zug davon und dann wird es schneller eine dröge Saison, wo wir keine Angst nach unten haben, brauchen, aber wo wir irgendwie die letzte Spannung dann auch vermissen lassen. Und das will ich eigentlich nicht. Wie würdet ihr denn diese Kamala-Lücke schließen, wenn wir jetzt mal so in Richtung Aufstellung gucken, was wäre da so eure präferierte Vorangehensweise? Patrizia, du bist doch hier Fachfrau für Aufstellungsfragen. Ehrlich gesagt, bin ich nicht der große Fan, da jetzt eine große Systemänderung reinzuballern, weil das eigentlich von den Abläufen her funktioniert. Ich würde da wirklich eher irgendwie einen Spieler reinsetzen, der diese Position bekleiden kann. und ich glaube, ich würde sogar einen Hauge nehmen, einfach weil er das, denke ich, kann. Kann mir auch vorstellen, dass er mit Lindström harmoniert. Die verstehen sich ja, denke ich mal, abseits des Platzes auch einigermaßen gut. Von daher wäre das wahrscheinlich meine Option. Einfach, weil ich erstens nicht überzeugt bin, wenn du jetzt auf Doppelspitze umstellst, wen stellst du rein? Lamas? Das tust du wahrscheinlich wieder keinen Gefallen damit. Nein, dir und ihm nicht. Passieren sich ja von Anfang an, klar, kann man probieren. Ähm, weiß nicht, hat mich aber bisher nie überzeugt. Da bin ich bei Basti. Das ist halt so ein perfekter Joker eigentlich. Und ich würde mir auch ungern die Chance nehmen, hinten raus nochmal einen Stürmer zu bringen, irgendwie. Von daher, ja, glaube ich, kurz gesagt, ähm, ich würde einfach eins zu eins einen Zehner aufstellen und dann halt, Hauge reinstellen. Gegenmeinung? Naja, ist so das Offensichtlichste, ne? Ich würde vielleicht auch, äh, Hauge und Lindström sogar noch miteinander tauschen. Aber, ähm, dass Lindström mehr in der Mitte bleibt und Hauge dann eher so ein bisschen nach rechts zieht. Ja. Genau, aber das ist, also das ist so ein bisschen so, so Captain Obvious, ne? Also, kann man gut machen, ist auch gut für Hauge wieder reinzukommen, weil er hat ja auch sich jetzt, ist wohl wieder fit. Okay. Ist halt die Frage, wie fit, ne? Also, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin überrascht, dass sie den so selbstverständlich in die Startup gestellt hat. habe ich, wer hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der noch nicht fit genug ist, aber wenn der fit ist, würde ich es auch so machen. Ansonsten frustriert mich, ehrlich gesagt, genau dieses Gedankenspiel, was wir gerade machen, weil das eigentlich genau das zeigt. Keine Ahnung, wen wir jetzt aufstellen, ehrlich gesagt. Weiß nicht. Und ich habe gar keinen Bock, hier irgendwann Diskussionen zu führen, was passiert, wenn Boree ausfällt, ehrlich gesagt. Mal mal nicht den Teufel an. aber es ist doch so, diese drei da vorne müssen funktionieren. Wenn da einer draußen ist, dann stehst du schon da und denkst, jo, schau mal, so, wie sich das zeigen wird, weil ich sehe sie vielen Optionen nicht. Ich sehe eigentlich keine. Ich bin sogar fast zu weit zu sagen, ganz im Ernst, jetzt hat er die Winterpause gehabt, jetzt hat er nochmal zwei Wochen gehabt, ganz im Las Lammers spielen. Ja. Da kann das, ich weigere mich trotz, ich nenne es rum auf die 10, Boree und Lammers vorne. Ich weigere mich zu glauben, vielleicht auch einfach aus Hoffnung und Naivität, dass der alles, 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 alles verlernt hat. Das ist trotzdem, glaube ich, noch ein Stürmer, der dir einen Abschluss bringen kann und der trotzdem auch vielleicht eine Flanke von Kosti verwerten könnte. Ich muss sagen, mein Gefühl, mein Bauchgefühl ist, Boree, Lammers und Lindstrom dahinter. Ja. Der Leon schreibt gerade noch eine wichtige Ergänzung, im Chat, die hatte ich nicht auf der Liste, weil er, weil ich nur auf die Spieler geschaut habe, die auch per Definition schon nicht verfügbar sind. Boree ist aktuell noch im Nationalmannschaftseinsatz, der spielt heute Abend mit Kolumbien gegen Argentinien. Stimmt, er war ja einer von denen, wenn die eben doch Länderspielpause haben. Genau, Barkov, Rustig und Boree haben Länderspiele in der Länderspielpause. Wer weiß, wann Boree da ist und wir müssen halt auch bedenken, der spielt jetzt seit quasi vorletzter Saison durch. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Entschuldige, bei 2000 kombinativ froh. Nee, jetzt mal realistisch gesehen. Keine Ahnung, also heute Abend das Spiel, wenn der morgen in den Flieger steigt, ist er morgen, spätestens Donnerstag da, eine Stunde schlafen und dann ab zum Training. Ich muss mal dumm fragen, ist das heute Abend irgendwie, dann ist er aber fertig oder was? Oder kommt dann noch ein Spiel? Ähm, nee, ich glaube, das ist das Letzte, was die haben. Wahrscheinlich ist am Donnerstag noch eins, Alex. Ich guck mal, ich guck mal nach. Ihr könnt ja weiterhin ein bisschen über die Frage sinnieren, ob ihr ein Lammers aufstellen wollt oder nicht. Also ich glaube, man tut ihm halt auch keinen Gefallen damit, ne? Also, jo. Also die ganze, ich kann hier keine Rücksicht mehr nehmen. Was ist, wir haben jetzt keine anderen Melder. Das ist so lustig. Eigentlich schon so ein bisschen. Er ist ja immer noch Profifußballer, ne? Ich wollte gerade sagen, du, ich weiß, du würdest gerne, ich weiß, du würdest gerne dein Geld mit Rumpfútball verdienen, aber ich tu dir keinen Gefallen, wenn ich dich das ausüben lasse. Schau dir vor, hier du, ist nicht böse gemeint, aber es ist nicht böse gemeint. Es ist ja schon auch die Stimmung um ihn rum so ein bisschen aufgekocht. Ihr habt nie mal was gewonnen, wenn du jetzt spielst. Ja, aber ganz ehrlich, die spielen mit, die spielen ja vor quasi kaum Zuschauern. Das ist halt auch ein großer Vorteil. Ich glaube, so Spieler würden ja viel mehr fertig gemacht in jeglicher Hinsicht. Ja, wenn ich dann die ganzen Internet-Jungos, die dann irgendwie in geistiger Umnachtung bei den Instagram-Accounts da rumhängen und die böse Sachen schreiben, die würden ja das auch im Stadion machen. Das heißt also, im Endeffekt kann man ja froh sein, dass die relativ wenig Hitze gerade abbekommen. Und ich würde auch Lammers zumindest mal wieder probieren, weil wir haben ja auch nicht die Wahnsinns-Alternativen. Und ich habe jetzt auch gerade nachgeguckt, Argentinien ist das letzte Spiel für Kolumbien jetzt erst mal, bevor es im März dann wieder weitergeht. Also in fünf Wochen, wenn die nächste Länderspielpause ist, dann muss er erst wieder mit Kolumbien machen. Ja, genau. Also das heißt, vielleicht wird Borei fit oder vielleicht passt, kommt da rechtzeitig, wenn nicht, dann halt nicht. Aber dann müssen wir ja trotzdem sagen, wir brauchen ja Alternativen. Ich würde ehrlich gesagt schon ein Lammers, was willst du machen? Kannst du denn jetzt die ganze Zeit rausstellen? Kannst halt jetzt auf... Aber warum ist denn ein Ache für euch so tot? Weil wir Fußball spielen und keinen Zehnkampf machen. Fußball spielen tut Lammers auch nicht. Ja. Alex, ich habe keine Argumente. Soll ich dir jetzt sagen, Hütte Lammers, ein geiler Typ, hast du es nicht gesehen? Kann ich nicht. Trotzdem, das ist mein Bauchgefühl. Bei Ache muss ich sagen, Alex, ist meiner Meinung nach maximal ein Zweitligaspieler. Ja, habe ich auch kein Argument dagegen. Aha. Aber, aber... Alex, einigen wir uns doch drauf, Doppelspitze, Lammers, Ache und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. So ein interner Wettbewerb eigentlich. Ich will kein Öhr ins Feuer gießen, aber was ist denn mit Paciencia doch als Startelf-Option? Könnt ihr das da bitte auch noch ausdiskutieren? Einfach nur fürs Entertainment. Also, machen wir einfach drei Stürmer, Ache, Lammers, Paciencia. Zehner Brauwer. Dass der Lindström auch nochmal eine Pause hat, oder was? Genau. Stellt euch mal vor, das sind unsere Stürmer und wir sitzen jetzt hier so und haben eigentlich drei vierte Stürmer, aber tun so, als könnten wir halt wirklich absolut niemanden aufstellen. Das ist auch schon ein bisschen bitter. Links, Chandler, Rechts, ganz ehrlich, ich will es nicht übertreiben, aber Bore verletzt sich jetzt gegen Argentinien, weil die hart spielen, Kamala ist sowieso verletzt und Lindström kriegt Corona. Der hat den Sturm, der kann es nicht nochmal kriegen. Ja, ja, 80 Deltakron-Varianten, Alter. Am Ende ist das, worüber wir uns eben lustig gemacht haben, unser Sturm. Das ist leider richtig. Und das funktioniert. Ache, Lammers, Paciencia, das ist unsere neue Büffelherde. Hier, was soll sich vorher trotzdem an? zack. Ja, um das jetzt mal so ein bisschen. 30 Euro de Saun-Abo. Ja, um das jetzt mal so ein bisschen hier irgendwie aus dieser Diskussion rauszukommen, sage ich mal. Keine Ahnung, hatte sich Marvin schon geäußert? Also ich hatte ja die Hauge-Option, Alex auch, Basti hat Lammers reingeworfen, Marvin hat aber auch gesagt Lammers, oder? Warst du nicht auch auf der Seite? Falls ja, muss René das jetzt wohl entscheiden, mit welcher Optionen wir gehen. Ja, was machst du denn? Wie steht's jetzt? Also du bist auch Team Lammers. Nee, nee, Marvin, weil ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, dass er sich da so ein bisschen rumdrückt. Naja, ist eine gute Frage, also nee, ich bin eigentlich Team Garnix, damit ich mich in Ruhe bin. Ich glaube, ich bin Team Garnix. Lass mich in Ruhe. Ey, lass mich. Wir nehmen Jakic für Kamada rein. Nein, ich sage dir mal eins, weißt du was, mir reicht's auch. Ich habe auch jetzt genug, weil diese Optionen, die sind alle ehrlich gesagt nicht so, dass sie glücksbringend sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich machen, wenn ich jetzt einfach machen könnte, dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen das jetzt mal ganz anders, wir nehmen den, wir nehmen den Sebastian Rohde, packen wir mal auf die Acht, also so Acht vielleicht, sogar Zehner-Positionen, mal ein bisschen weiter vorne. Wir nehmen Jakic wirklich ins defensive Mittelfeld und dann haben wir, ja, dann haben wir mit Lindström und Rohde jemanden, die es mal offensiv auch so ein bisschen ackern, dann habe ich auf der rechten Seite Knauf, ja, und links Barkok, das gefällt mir doch ganz gut und im Zweifel sage ich trotzdem, dass der Borea, auch wenn er nicht schläft, spielen muss, ansonsten, ey, ohne Scheiß, ich bleibe auch mal bei einem Passent, das muss ich trotzdem auch mal sagen. Hast du gerade Barkok für Kostic aufgestellt? Nicht Barkok, ja, genau, richtig, genau, Kostic. Ehrlich gesagt wäre das aber auch noch eine seriöse Variante, dass Kostic diese Position vom Bayern-Spiel einnimmt, dass quasi der Sturm Borea Lindström Kostic ist und du dahinter das halt anders aufstellst. Klingt sogar, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht, muss man mal sagen. Von den Optionen, die wir aktuell hatten, also, ich war jetzt nicht der Fan von der Systemumstellung, aber. Würdest du ja nicht umstellen, also du müsstest im Endeffekt dann sagen, okay, Chandler geht auf links, Knauf geht auf rechts, so, ja, Kids, und dann halt. Ja gut, aber der Kult ist ja dann auch Heuge, wenn er fit ist. Aber der Lenz ist doch auch wieder fit, ne? Da siehst du, der Alexander ist doch. Der Lenz ist da. Lenz und Durm. Durm in den Sturm. Die passen sich aber jetzt auch wirklich so hin, so selbst abgestiegen. Das ist eher so das Function Derby, ne? Die schlechteste Aufstellung ever. Nein. Doch, so klingt es ein bisschen. Ich freu dich trotzdem an. Also wie gesagt, ich weiß es doch auch nicht. Ja, denk mal drüber nach, für mich auf jeden Fall, ne? Rechts auf jeden Fall, wenn ich Knauf mal sehen, ich hoffe, dass da ein bisschen was passiert, ein bisschen Dynamik da reinkommt. dann lass uns doch mal, ich bring jetzt hier mal Struktur rein, sorry Marvin, da fangen wir mal hinten an. Dann haben wir hier eine ganze Aufstellung, nicht so einzeln, so Trab im Tor, alles gut, ja? Ja. So Abwehr. Ich würde weiterhin mit Endika auch wieder Hinterecke gehen, der wird sich jetzt auch berabelt haben und Tutor, so. Gehe ich zum Beispiel mit? Mhm. Ja. Jemand andere Meinung, dann soll er sich melden. Keine. Gut. Ja, links. Vielleicht hat keiner Bock, dann sind es noch mehr diskutiert. Links Kostic. Links Kostic. dann defensives Mittelfeld, so und ich würde Jakic verpacken. Ich will für Jakic. Ja. Ja, ich will auch mal wieder Jakic. Ich hatte immer diesen rote Jakic-Struggle, aber ich will dieses So Jakic-Ding wieder. Ich habe das Gefühl, das fehlt ein bisschen. Ja. sehr gut. Dann nehmen wir alle Jakic. Also Jakic und rechts Knauf. Ja. Einwände? Nein. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Verknauft. Ha ha ha. So. Boree Lindström auch gesetzt, richtig? Ja. Ja. So. Abstimmung. Wer nimmt die letzte offene Position ein? Marvin, du fängst an. Für mich nimmt sie tatsächlich, ich probiere es einfach mal, mit einem Sebastian Rode auf der zurückgezogenen acht, ja, zehner, achter Position. Okay, eine Stimme für Rode. René. Hauge. Hauge. Patricia. Auch Hauge. Zwei für Hauge. Alex? Drei für Hauge. Drei für Hauge ist ein schöner Sendungssitel. Also wir gehen jetzt davon aus, dass Boree keinen Schlaf braucht und Hauge fit ist, ne? korrekt. So, genau. Ja. Muss jetzt halt. Gut, für die Statistik, sag ich hier nochmal, Lammer. Das ist ein Minderheitenvotum. Ne, ich muss eine Vollständigkeit halten, damit das hier alles notarierend beglaubt wird. Also Hauge ist, haben wir die Aufführung fertig. Genau. Da wir aber vorher keinen Wahlleiter gewählt haben, ist die Abstimmung ungültig. Dann ist es so, dann soll die Eintrachtung spielen, wie sie will. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, ich weiß nicht, es gibt ja diverse Optionen. Ich glaube, wir haben das auch irgendwie einigermaßen chaotisch versucht aufzudröseln, was denn möglich ist und warum wir dafür oder dagegen sind. Letztendlich bin ich froh, dass ich nicht Oliver Glasner bin, ganz ehrlich. Ehrlich gesagt, dieselbe Vorstellung gerade. Stell dir vor, Oliver Glasner und sein Trainerteam machen die Aufstellung genau so. Und dann sagt einer hier, lass doch mal den spielen. Dann lachen die sich durch. Ja, 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 wer weiß. Ja, kann sein. Aber die wissen wenigstens, bevor sie diskutieren, welche Spieler da sind. Hoffentlich. Da muss nicht jemand im Chat schreiben, hier, der, 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 der fehlt noch, weißt du? Der ist noch unterwegs, kennst du den noch? Naja, da ist er ja mit Sicherheit. Die Frage ist, ob er noch ein Nickerchen machen muss. Ich finde es aber eine gute Aufstellung. Ja. Das kann nicht mehr so, ich höre da immer noch so Unterton bei dir raus. Können wir uns merken, für fünf Wochen nach der nächsten Länderspielpause brauchen wir das auch noch mal. Ich finde, wir haben ein paar ganz gute Alternativen geboten. Liebe Leute, schreibt ihr uns mal, welche ihr seht. Ich weiß, ich habe eine Outsider-Meinung mit Rode, aber ich finde, das war teilweise doch einigermaßen ansprechend immer mal wieder, vielleicht können wir was probieren, wir schauen einfach mal und dann schauen wir mal, wie die Eintracht dann dementsprechend sich auch darstellen. Genau. Und damit wir dann auch so ein bisschen Ergebnis haben, an dem wir uns orientieren können, könnt ihr schon mal tippen und der Herr Marvin steht hier als erstes in der Liste. Ja, gut, gegen, ja, scheiß Stuttgart. Schön Stuttgart, super, alles toll. Ich habe die ja eigentlich normalerweise ja beneidigt. Ich finde ja eigentlich ganz gut, warum das gerade nicht läuft. Nun ja, anderes Thema. Aber scheiße, insofern immer, weil das echt schwierige Spiele sind gegen den VfB. Es sind schon so viele Kackspiele gesehen. Aber ich sage mal, weil ich ein Zweckoptimist bin, 3-1 für die Eintracht. Sehr viel Optimismus da. Patricia? Ich sage 2-1 für die Eintracht, wie bei Kicktipp, wenn ich nicht weiter weiß. Okay. Basti? 1-1. Ein Highlight-Spiel. Alex? Ja, eigentlich wollte ich Marvins Ergebnis nehmen. 3-1 war mir so im Kopf. Wenn der es hat, dann nimmst du 2-1. So, jetzt kommt die Patricia. Ja. Ich bleibe bei dem 3-1. Ich schließe mich einfach dem Marvin an. Okay. Ich sage 2-2. Dann können wir nächste Woche mal gucken, wer recht hatte und welche Aufstellung ist dann am Ende des Tages geworden sein könnte. Gut. Frage in die Runde. Habt ihr Empfehlungen noch für unsere Hörerinnen und Hörer? Das klingt nach einer großen Lehrmeldung. Dann würde ich sagen, dann haben wir es auch mit all den Themen, die wir für heute auf der Liste hatten, vollumfänglich behandelt und entlassen euch in diese wunderbare Restwoche und in ein hoffentlich für die Eintracht erfolgreiches Fußballwochenende. Wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder und werden vorausschauen auf weitere spannende Spiele und hoffentlich dann auch die ersten drei Punkte in der Rückrunde besprechen können. Bis dahin. Macht's gut. Lumenägel, Lumenägel. Oh, ihr müsst fahren. Danke, danke. Da hab ich's versaut. Da hab ich's ändert. Das passt zur Sendung. Da ist richtig. So, jetzt nochmal Auto. Komm. Hey, 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 hey Hey, hey, es kann man von Hey, 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 es kann man von Hey, hey, es kann man von